Das tut gerade so gut, ne? 6-0 Relegation, holy shit. Damit ist der Klassenerhall geschafft, Leute. Ey, so geil, Mann. Es ist so geil, dass das geklappt hat. Solche Maschinen, vor allem Algorin, aber auch die ganzen anderen Flamer war heute so krank. Und in Algorins Ehre müssen wir jetzt seinen Scarab Song einmal spielen. In seiner Ehre, Leute. Da war's. Algorins Scarab Song. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, Leute. Ich muss sagen, das sah so geil aus, das Event vor Ort. Und das macht auch richtig was her, finde ich, wenn du ein Live-Publikum hast. Die Stimmung war so cool mit dem Live-Publikum. Und einfach dieses Klatschen zwischendurch immer, dieser Hype die ganze Zeit. Ja, sehr geil. Ja, das war sehr, sehr nice. Boah, ich bin gerade richtig, ich weiß nicht. Ich bin gerade richtig... mein Gott, die ersten zwei Gangs fand ich viel zu knapp, ey. Das war richtig, richtig knapp. Algorin hat echt gut gespielt, fand ich. Die haben echt wesentlich besser gespielt, als ich gedacht habe. Ich dachte eigentlich, dass unser Team halt also legit drüber mal läuft, ne. Und das ist ein 3-0, das Resultat. Aber das war knapp. Das war wirklich, wirklich knapp, war das. Aber wir haben den Dab, das ist was zählt. Wir sind 6-0 durch die Relegation. Dank Algorin darf man wirklich, also muss erwähnt werden, absolut insane, wie deren Team das lebenslos aussah am Ende. Komplett neu entfacht hat. Also wirklich krank. Wie gut Algorin ist. Mein Herz schlägt immer noch so schnell, ey. Das kann ich, warum? Wisst ihr, als Owner ist es noch viel schlimmer, weil du nichts Aktives machen kannst. Du sitzt einfach zu Hause in deinem Stuhl und kralst dich an deinem Sofa fest und du hoffst einfach, dass sie gewinnen, ja. Hat er, dass er nicht weitermacht, ja, das... Mal gucken, vielleicht hat es ihm so Spaß gemacht, dass er jetzt Lust bekommen hat, wisst ihr, ja. Die Hoffnung besteht. Die Hoffnung besteht. Vielleicht hat er jetzt so Bock. Ja. Oh, Rallytos. Vielen, vielen Dank für die 91. Realanaut, Alkoholiker. Vielen lieben Dank für den Support. Ich meine, wir können ja in die Vertragsverhandlungen gehen. Ich meine, wir könnten ein Agorin... 520 könnten wir dir schon anbieten, ne, Momo? Also, du bist da auch gut bezahlt, aber, ne? Kriegst du auch... Wenn du, yo, Master schaffst, lege ich dir noch zwei Döner drauf und, ne, 50 Euro Aldi-Gutschein. Tja. Lord Nick, viele lieben Niger dafür den Support. Ne, 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 ne. Ich hab... Ich hab... Ich bin... Als wir in die Relegation reingekommen sind, ich dachte, das ist sicher verloren. Ich will ehrlich mit euch sein. Ich hatte keine Hoffnung. Ich hatte letztendlich keine Hoffnung und jetzt marschieren die da so durch. Oh. Ich war so pessimistisch nach den zwei Seasons. Ich war so pessimistisch. Jemals Legion ist abgestiegen. Ne, die haben auch noch eine Chance. Jemals Legion hat auch noch eine Chance. Oh mein Gott, wir haben es echt geschafft. Du, was machen wir denn jetzt? Wir hatten... Also, es gab schon den Plan, was passiert, wenn wir absteigen. Aber... Es hat keiner dran gedacht, dass wir auch nicht nicht absteigen könnten. Was machen wir denn jetzt? Oh. Kelly John, vielen lieben Dank für den Support. Und einfach 30.000 Zuschauer, achtmal... Ja, das war auch geil. Also, muss ich sagen, so ein Offline-Event für sowas ist extrem geil. Diese Stimmung, ne, vor Ort. dieses... Einfach dieses... Einfach dieses Live-Klatschen. Ich weiß nicht. Das macht so einen Unterschied. Und ab und zu mal so ein Schrei aus dem Publikum und so. Ich habe das komplett gefühlt, muss ich sagen. Das fühlt sich halt komplett anders an, wie wenn du... Wenn du halt einfach nur die... die Casters, die ausrasten. war ein NNO gegen Karmin Korb. Karmin Korb hat es vorgemacht, ne? Die haben irgendwie eine 12.000-Personen-Halle gefüllt, ne? Agorin hat jetzt auf jeden Fall... Der hat ein Essen hat er bei mir gut, ja. Das hat er gut. Das müssen wir ihm ausgeben. Er kriegt ein Essen. Nodiko hat ein Spiciness nächstes Jahr versprochen. Sehr gut. Spiciness ist immer wichtig. Ich habe gerade noch ein Nodiko-Interview. No! Habe ich das Nodiko-Interview verpasst? Ich habe das Agorin-Interview noch genossen, ne? Oh nein. Ah! Der Kälte! Ohoho! Intercompletter, that's okay. Wir haben heute auch einen amazing Tag, ne? Bis jetzt habe ich eigentlich alles gewonnen heute. Und dann hat auch NNO gewonnen. Juhu! Jetzt bloß nicht das hier hinten, okay? Ignite. Wir können gleich noch über NNO reden, wenn ihr wollt. Erstmal können wir einfach gemeinsam glücklich sein. Für ne kurze Weile. Nur für ne kurze Weile, okay? Können wir gemeinsam glücklich sein. M-m. M-m. I, a, bake, a, cake. Viele lieben Dank. Ich finde es sehr schön, dass du zu Ehren in Agorin Scarab gespielt hast. Das hat er sich auch wirklich verdient. Dass wir Scarab angespielt haben, finde ich. Also das hat er sich wirklich verdient. M-m. Also dieser Junge. Das ist nicht normal. Wie gut der spielt. Das ist ein Washed-App-Content-Creator. Der soll gefälligst Washed-App sein wie der Rest von uns. Was fällt dem ein, gut zu spielen? Ein Enemy hat been slain. M-m. Ah. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Hat der, hat Agorin noch ein Lieblingslied, das ihm gefällt? Wir können, wir können die Agorin-Playlist anlischen. Was würde für ein kranker Übergang bei dem Lieblingslied? Was meinst du? Haben sie im NNU-Stream am Ende auch noch Scarab gespielt? Das ist cool. Ich dachte mir einfach zu Ehren von Agorin starte ich meinen Stream mit Scarab. Ich habe auch einfach nur ein übergroßes Gesicht von Agorin auf Twitter gepostet. Da, da, da muss man auch schon mal ein bisschen, ne, muss man auch mal ein bisschen Werbung machen für den guten Agorin. Das ist okay. Das hat er sich wirklich sehr verdient. Das ist ja eine Mission für heute Abend. Jetzt erstmal wollen wir uns mal kurz beruhigen. Und dann nicht innen, wäre ein cooler Start. Weil die hier wird gleich Level 6. Ihr könnt sogar D-Wave schon reichen, ne? Nicht innen, wäre cool. Zitzen. Beat, beat. Das Timing war perfekt. Dafür kennt man mich für die perfekten Timings, Leute. Genau, dafür kennt man mich schließlich auch. Wir kennen hier Schiff, ne? Ich weiß aber nicht, ob das richtig ist, aber ich glaube, ich will Schiff. Wenn immer noch super halb, ich auch, ja. Och, Mann. Och, das ist, ich hatte heute schon also dieses erste Game. Meine Güte. Oder das zweite Game. Ich saß einfach an der Ecke meines Sofas, ey. Die Botlane hat so gut gespielt von Gamers Legion, fand ich, ne? Das war so krass. Du sagst zu Akali, zu Flamer, habst du den 10. Er hat so gecarried in einem Game. Er hat allgemein in 10 gespielt, die ganze Series, fand ich. Das war jetzt der Grund, warum du nicht mitgespielt hast. Na, wir haben zwei Wechselslots praktisch. Und, ähm, es macht halt nicht besonders viel Sinn, dass ich einen davon nehme, weil ich bin nicht besser ist Matislav. Und wir brauchen nur einen Ingame Leader und das ist halt Argoin in dem Fall. Das war sehr knapp, dass sie mich da trifft. Es ist sie low, wenn wir sie gleich noch einmal anjimpen könnten. Glück gehabt. Ist auch out of a putschin. Nach sie euch. Was? Ist das DTP? Nee, ne? Ich weiß nicht, ob er DTP hat. Da können wir einfach pushen und können Platten nehmen. Oh. Oh, oh. Da muss ich sagen, wäre es gut gewesen, mit Sound zu spielen in der Situation, ey. Okay, okay, okay. Das sieht ja wieder nicht so gut aus. Prophet 15. Ja, die sind wir sehr ungern. Können wir einmal Silver Scrapes hören? Ja, aber Silver Scrapes passt doch überhaupt nicht, weil es 3-0 war. Wir können trotzdem einmal, komm, lass uns zusammen Silver Scrapes hören. Ja, Silver Scrapes. There it is. Wenn Algoren gerade streamt, solltet ihr unbedingt zu Algoren gehen, ja. Auf jeden Fall. Streamt Algoren gerade? Warte. Dann bitte alle mal darüber gehen und nette Nachrichten schreiben und so und so'n Kram. Das hat er sich heute auf jeden Fall verdient, klar. Alle rüber da. Alle rüber da und einmal abfeiern den jungen Mann. einen kleinen Algorenkopf ins Overlay als Rüldigung, ey, auch nicht schlecht. Auch keine schlechte Idee hier. Oh mein Gott, ich hab den Minion, den Autopack auf die falsche Seite gemacht. Ups. Ich hab probieren, hochzugehen. Nice. Agorins Kopf als Map aber verwenden. Oh, die kommen immer noch. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Okay, unser Toplaner lehnt jetzt Mitte. Okay. Dann habe ich jetzt Toplane hier. Machen wir das einmal. Scary. Mit Ulti können wir da vielleicht sogar was probieren. Agorin gerade Rang 1 geschafft. Ne, viel besser. Agorin hat gerade für NNU die, ähm, die, 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 die Relegation gewonnen. Und wir sind jetzt offiziell weiterhin auf Dip 1. Wir haben offiziell den Klassenerhalt geschafft, Leute. Oh, das suckt. Hm, hm. Hätte ich, äh, anders hüpfen müssen, ne? Ich dachte ehrlicherweise auch, dass die Ari im River ist. My bad. Weiß nicht, warum wir Silver Scrapes anhand, das macht wirklich null Sinn, Silver Scrapes, ja? Warum hat Ari eigentlich gespielt? Naja, wir durften einen Spieler einwechseln, praktisch. Naja, nee, wir durften zwei einwechseln, aber machen halt, bei uns, aus unserem Team machen halt relativ wenige Leute Sinn, ne? Muss man einfach sagen. Ich hab den Turnt genommen. Du, du, du. Und das muss ich weiter nach oben. Da fliegt eine Priare-Ulti. Genau, das ist doch elf. Der nächste Puschen. Er ist super wichtig, irgendwo mal an Tür dran zu kommen. Ich mag immer diesen Bild nicht so gerne mit Chip. Ich hab den auch nur gebaut gegen die Ari, aber jetzt lehne ich gar nicht gegen die Ari, weil unser Top-Lainer eben tippt. Wir haben den Klassenhalt geschafft, ja. Wir sind offiziell weiterhin NNO wird offiziell weiterhin Pile der First Diff sein, Leute. Wahrscheinlich nicht mehr mit Argorien im Jungle, aber wir haben eine zweite Chance jetzt. Wir haben eine zweite Chance. Und jetzt ist die Frage, was machen wir mit unserer zweiten Chance? Nutzen wir sie oder nicht? Das ist die große Frage, Mann. Ja, Schion. Habt ihr gehört, ihr scoutet bald Faker für NNO. Ja, wir haben einen Faker jetzt am 9. Dezember haben wir den für ein kurzes Meeting da und wollen mal schauen, ob der skilltechnisch gut genug für NNO wäre. Aber ich sag mal, die Wahrscheinlichkeit ist nicht so hoch. Der ist schon ein bisschen älter, ein bisschen wurscht. Wir wollen ein junges Material haben. Wir wollen halt richtige Spieler, die halt noch Funken haben bisher. Ja, wir haben ihn da am 9. Ja, einfach mal um anzugucken, ob der was kann. Der kriegt auch gleich den Test gegen mich. Da kann ich mal richtig zeigen, was er drauf hat. Ich dachte, als Streamer darf er nicht in der Liga sein. Doch, darfst du. Du darfst bloß nicht währenddessen streamen. Während der Liga. Ist doch nicht während der Liga streamen. Und es kann sein, dass die Prime League zum Beispiel Agorin verbietet, dass er den Goodwood Cup spielt zum Beispiel. Das kann noch passieren. Also es kann sein, dass du von Events ausgeschlossen wirst. Danke an Chance, Tom the Bomb, der Onkel Soy, einen wundervollen. Wird Brügge seine Hose ausziehen, wenn er gegen T1 spielt? Ich glaube, wenn Brügge seine Hose nicht auszieht, sind unsere Chancen sehr begrenzt. Wir müssen hoffen, dass er die Hose auszieht. Es wird sehr, sehr wichtig. Schade, der hat den Kill geklaut mit seiner Ulti, die 1000 Gold und dann ist er einfach gestorben. Heels a fucking beat. Ich hoffe, der kommt raus. nice. Der Fresh kann vielleicht sogar schlagen, der Kollege. Ich bin auch fucking weak schon wieder mit meiner Twister. Starrdürster. Was ich jetzt machen werde, ist, wenn die, also wenn sie jetzt, okay, wort hin, ich die zu kriegen. Aber wo geht es, die Belsen? ist das bitter, ich hätte einfach draufhüpfen sollen. Er pingt you, aber du kannst ja viel pingen, wenn der Tag lang ist. Ich hätte nicht warten sollen, na. Man, der Triss, aber ich hätte auch nicht, man darf immer nicht so emotional spielen bisher, das ist der größte Fehler. Emotional League spielen. Aber für Glück ist das ein guter Smurf-Game, ja. Giants. Giants. Was? So, wutsch. Nach der kann man theoretisch bilden, ja. Okay, wie das Gebäst du jetzt aus? Nice, wir können gewinnen! So sind selber spült er noch auf, ja? Ist gut rausgekidet da, let's go, Leute! Genau, was wir sehen wollen! Aber die Grump hier... Grump, ne? Kann ich auf sie hüpfen und sie schlagen, ist die wichtige Frage. Oder lieber nicht. Wir werden erklären, was mit Agorin jetzt war. Nach dem Game kann ich euch einmal... Ich meine, das wurde jetzt schon tausendmal erklärt, aber ich kann es auch nochmal erklären gleich. Ich kann es auch jetzt erklären. Agorin hat einfach die Relegation für unser Prime League Team gespielt. Die Relegation ist praktisch ein Turnier, wo es darum geht, ob du absteigst. Wir hatten eine sehr schlechte Series, ne? Wir haben ja praktisch ein Prime League Team bestellt. Wir hatten jetzt zwei sehr schlechte Splits, sind Zehnter geworden und mussten deswegen Relegation spielen auf dem schlechtesten Slot, ne? Das heißt, wir mussten direkt gegen die besten Gegner ran. Und wir haben uns dazu entschieden, und Agorin hat sich zum Glück dazu entschieden, dass er die Relegation spielen wird. Und deswegen konnten wir jetzt mit Agorin spielen in der Relegation. Und jetzt haben wir 6 zu 0 gewonnen. Wir haben gegen zwei Teams praktisch gewonnen. Und jetzt sind wir wieder in der ersten Division. Das heißt, wir haben den Klassenerhalt heute geschafft. Das ist fein, das ist fein. Haben die irgendeinen Flash oder so benutzt? Das ist ja crazy, wie schnell die Bria ist. Ich habe Millionen-Ult, habe ich gesehen. Das ist ein Stronger-Ball. Bleibt Agorin im Team? Mein Verständnis ist, nein. Agorin wird nicht im Team bleiben. Agorin hat nur ausgeholfen für die Relegation. Aber wie gesagt, da müssen wir jetzt halt gucken, wie er sich jetzt fühlt danach oder worauf er Lust hat. Aber ich glaube, er wird nur die Relegation spielen. Warum spielt Agorin eigentlich nicht selbst irgendwo? Ja, Agorin ist ein relativ großer, oder ist ein insanely großer Streamer. Und die Situation ist einfach, damit es sich lohnen würde, für ihn competitive zu spielen, müsste er entweder ein Team mit die EU-Masters-Ambitionen haben, also das auf dem Level ist, oder ein LEC-Team. Nichts anderes macht halt Sinn, müsste er. Aber da bin ich kacke, oder was? Warum hüge ich mich denn da rauf? What the fuck am I doing? Hoffentlich verlieren wir jetzt nicht Nash deswegen, aber wahrscheinlich schon, naja. Ich hatte halt ein LEC-In-Null gecheckt, dass da alle von denen sind, äh? Holy shit. Die haben dann, die haben dann, äh? Sehr, sehr bad für uns. Random Q-Seal oder so? Das meinte von ihr leider. Bietet doch Arjen an, einen Roster um sich rumzusuchen. Ja, aber das können wir nicht, also, weißt du, die Sache ist, wenn du einen, einen, einen Roster jetzt stellen wollen würdest, ähm, der, der EU-Master-Level-Spieler hat und Namen, die schon etabliert sind, dann ist es einfach so, dass jeder Spieler kostet dich zwischen 5.000 bis 6.000 Euro Monatsgehalt. Also, das, das ist einfach nicht bezahlbar, weißt du, oder? Wir sind ja jetzt kein, kein Riesenunternehmen, die, die unendlich Geld zur Verfügung haben. Äh. Na, 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 na. Okay. Wir gehen einfach durch, hier, ne? Äh. Wie macht das jemand, wie Yankos? Der streamt doch auch. Äh, wie, wie meinst du, wie macht das jemand wie Yankos? Ja, Yankos ist in erster Linie Pro-Player, das heißt, der streamt nur viel zwischen den Splits, ähm, und halt, also, weil er halt Zeit hat, ne? Der streamt sehr viel weniger wie ein Full-Time-Streamer, aber das ist trotzdem natürlich sehr krass, dass er das nebenbei schaut. Zum Beispiel jetzt gerade kann er viel streamen, weil halt Heretics schon rausgefallen ist, ne? Deswegen kann er jetzt gerade halt viel streamen. Hm, hm. 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 Liebe, das ist Antristana. Ich komme nicht raus. Wird sein, dass er mich trotzdem weiterchased, hier. Nicht gut? Ja, was? Gehen wir mal zurück. Man, Raidsplit auf Trist, du kannst mit Tristana, kannst du tatsächlich immer Raidsplitten. Die ist sehr, sehr gut bei Raidsplitten. Die ist auch sehr, 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 sehr gut drin. Die will Raidsplitten sehr häufig. Ne, hat dich geultet? Ich weiß, ja. Ich weiß. Ich weiß. Der Champ ist so broken, äh? Also, Briar. Es ist so broken, der Champ. Heftig, äh? Da. Not Sustainability, ja, das ist jetzt auch, also das ist auch so, ne, das wissen wir ja seit gestern. Das ist der Free-Elo-Champion Nummer 1 gerade, wenn ihr einen sucht. Oh, der sofort wird zurückgelassen, ja. Oh, das heißt der Boys. Riot, Riot, ihr sagt es. Das wissen wir seit dem Release, ne, als sie rauskamen, alle haben gesagt, oh, ist Terrible Champ, ist Terrible Champ. Nein, das war wieder dasselbe, wie jedes Mal, wenn Riot that macht. Wenn ich Kragenslayer gehabt hätte, da hätte ich sie vielleicht... Das war sehr unglücklich, dass ich da meinen Jump zum Farm-Gap-Closen habe. Ach, ich spür zack, so Riot that gap, aber es ist scheißegal. NNO ist weiter. Let's go. Oh, we did it, boys. We fucking did it. Ah, NNO ist weiter. Das ist ein Fest. Ein absolutes Fest ist das. Oh, wir haben noch einen. Irgendwann wird die Senna auch Schaden machen, glaube ich. Oh, wir haben noch einen. Der gesamte Team gerade getenkt, die Prion. Oh, wir haben noch einen. 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 Wow, ich konnte nicht mal reagieren Was? Okay Jetzt, äh, jetzt, diesmal haben sie es aber, ne? Oh, zum Glück hat sie denn noch einen Chomp gekriegt Wenn sie noch einen Chomp gekriegt hätte, wäre die auch so gewesen GG, well played, da Schade, ey, terrible game von mir Leider, leider Terrible, terrible game von mir Nagankwiese und der Herbis-Zeuge Ist mit dabei Der Champ hat in Master 42% Winrate, ja, aber Vor dem Hotfix Wenn du dir jetzt zum Beispiel einen Tag anschaust Also ich glaube, gestern oder so hatte sie in Master Plus schon über 50% Winrate Und ich nehme an, dass das heute noch Weiter gestiegen ist, weißt du? Du musst von Tag zu Tag gehen bei einem neu-releaseden Champion, als sie rauskam Als sie noch nicht gehotfix-bufft war Da war sie extrem schlecht Bist du ja? Da war sie, also da haben die Leute einfach Ich glaube, die hatte 28% Winrate oder so Und jetzt in kürzester Zeit ist diese Winrate um 20% Nach oben gegangen Um 20% ist sie nach oben gegangen Prior ist völlig broken Und es wird von Tag zu Tag Wird das besser Von Tag zu Tag Wird das krasser Warum warst du auf der Bank? Okay, also ich kann das jetzt einmal erklären Mit der NNO-Situation Passt auf Also Wir haben als NNO Haben wir In dem letzten Jahr Den Miracle run geschafft Das heißt, wir haben als Team von Streamern Als Team von Leuten Die nicht trainiert haben Die nur Content produzieren Haben wir es geschafft Die erste, die oberste Liga zu erreichen Und dann wurden wir von der Entscheidung gestellt Uns wurde mitgeteilt Hey, das System wird geändert Für First Diff Für Second Diff Wenn ihr aufsteigt Dann müsst ihr euch dem System unterordnen Und ihr müsst in erster Regel Competitive Spieler sein Das heißt Es ist wichtig Dass ihr an den Tagen des Broadcasts Während Übertragungen laufen Nicht streamt So Und wir sind alle Fulltime-Streamer Wir sind Fulltime-Content-Create Das heißt Zum einen Musst du anfangen zu trainieren Du musst extrem viel Zeit investieren Und dann verlierst du noch Stream-Slots Die du hast Und es ist aktuell so Dass gerade jetzt Wo die LEC über drei Tage geht Hast du relativ wenige Stream-Slots sowieso Wo du gut leak-streamen kannst Das heißt Keiner von uns Wollte praktisch Pro-Player werden Keiner von uns wollte Alles aufgeben Was wir uns als Streamer aufgebaut haben Um wieder in der deutschen Liga zu spielen Und dann wahrscheinlich nicht mehr auf Ein Top-Team zu sein So Und Jetzt ist es so Dass wir uns dann überlegt haben Hey Aber wir werden eine Orga Das heißt Wir haben ein Team gestellt Das heißt Wir haben viele Freunde und Begleiter Aus ehemaliger Zeit Haben wir eingestellt Wir haben Leute Gegen die wir damals In der Div 2 gefightet haben Haben wir geholt Vom ehemaligen Hertha Die sich aufgelöst haben Wir haben Panda geholt Wir haben Toni geholt Und wir haben uns ein kleines Cozy Team aufgebaut Und Dann Kamen Die ersten zwei Prime League Splits Und wir haben nur Auf die Fresse gekriegt Wir sind Stockletzter geworden Zehnter Platz Wir haben Wir haben keine Leistung Gezeigt Und Ja Sind Direkt In die Relegation Denn aus der ersten Division Können praktisch Zwei Teams Absteigen Und aus der zweiten Division Zwei Teams Aufsteigen So sind wir im Jahr davor Sind wir praktisch Auch so hoch gekommen So Für diese Relegation Wollten wir unser Unser normales Roster stellen Allerdings Hat es natürlich nicht Die höchsten Erfolge Garantiert Und es gab Interne Spannungen Das heißt Jetzt war die Die Situation Was viele Teams machen Du hast dann Sogenannte Einwechsel Slots Allerdings müssen Die Spieler Sub sein Für das Team Und Es wird dann immer Es wird dann immer Praktisch Für die Relegation Wird meistens Nochmal aufgestockt Weil der Klassenerhalt Ist natürlich sehr wertvoll Ja Und es gab bei uns Kleine Schwankungen Es gab Es gab Leute Die nicht mehr unbedingt So zusammen spielen wollen Es gab jemanden Der gerne seine Rolle Wechseln wollte Und deswegen Haben wir Der uns überlegt Okay Wir haben In NNO Old Haben wir Ein paar exzellente Spieler Die Ingame Leader Seien können Die Die praktisch So ein bisschen Die Calls geben können Und wie können wir Jetzt so eine Fusion schaffen Die sinnvoll ist Und die einzige Die wirklich sinnvoll ist Ist natürlich Agorin Weil Agorin ist Mit Abstand Der beste Mechanische Spieler Von NNO Old Aktuell Er ist ein sehr starker Ingame Leader Der seinen eigenen Plan Verfolgt Der callt Was zu tun ist Und Agorin hat sich Dazu bereit erklärt Was ein ziemliches Opfer Seinerseits ist Und was man nicht Unterschätzen soll Das ist nicht selbstverständlich Dass er das gemacht hat Und dann durften wir Praktisch mit Agorin Jetzt die Relegation spielen Und jetzt haben wir 6 zu 0 gewonnen In der Relegation Und dürfen unseren First Diff Slot behalten Aber er spielt halt 0 fürs Team Dann hast du die Games Nicht gesehen Boss Aura Uns sicher nicht Erka Viele lieben Dank Für den Support Welcher armer Spieler Ist in der Trashcan Agorin Wer sonst 6-1 Ne 6-0 Abstauber Viele lieben Dank Der für den Support Ah ne stimmt 6-1 Du hast recht Ne actually Nein 6-0 Halt Was erzähl ich 6-0 Die haben das Gecomeback Aus dem ersten Match Das dritte Game Ne 6-0 Natürlich haben sie es Gecomebacked Nicht blöd Das hat 10k Die waren super behind Aber die haben doch Gecomebacked Ja ja 6-0 Mein Argument ist Das lohnt sich nicht Für ihn Für Agorin meinst du Natürlich nicht Deswegen wird das ja Wahrscheinlich auch nicht Weitermachen Das ist ja auch Ne wahnsinnige Belastung Ihr müsst euch vorstellen Agorin hat jetzt Den letzten Monat oder so Der haut 8 Stunden Streams raus Und dann scrimpt er Und das heißt Sein Tag besteht aus 14 Stunden League of Legends Das ist völlig krank Das Zeitinvestment Ich bin besser als Agorin Man kann Weißt du Wenn man die Augen schließt Dann gibt es sehr sehr viele Dinge Die man sich vorstellen kann Also ich muss echt sagen Dass in der gesamten Relegation Flamer der MVP war Er musste wirklich 6 Games Weekside spielen Und trotzdem hat er Die Insel nach vorne gebracht Flamer hat Sehr gut gespielt Aber wer Also ernsthaft Der Meinung ist Dass Agorin Nicht Komplett Vonveneint hat Der Muss ich sagen Hat die Games Nicht gut angeschaut Und gelinde gesagt Hat diese Person Wahrscheinlich auch Ein bisschen Luck gesoffen Muss ich euch In aller Härte sagen Also da muss ich Mal sehr konkret werden Ich meine Auch Natürlich hat Flamer Insane gespielt Lama Bear hat Insane gespielt Notico hatte Eine sehr gute Series Heute Eine eher schwache Series Matislav Konstant Saubere Leistung Da geht es nicht so In beide Richtungen Der spielt Der liefert immer ab Der Mann So Aber Agorin Ist Crazy Eine Replik Stunde Vikes Viele lieben Dank für den Support Leute Warum sollten sie Die Regeln Für ein Team Plötzlich ändern Ryleis Das muss dann In ganz Europa Geändert werden Macht null Sinn Für Europa Das ist falsch Chrissy Das macht sehr viel Sinn Weil Alle Ligen Würden davon profitieren Wenn sie Reichweiten Und Content Creator In ihren Ligen Erlauben würden Aber Aber ja Es macht eigentlich Überhaupt keinen Sinn Das nicht zu erlauben Danke an Sepil Coulavaro Und der Bio Bauer Baus Vielen lieben Dank Für die 5 Schön dass ihr mit dabei seid Leute Und vielen vielen Dank Dir für den großzügigen Support Ich trinke Mein Lack Immer mit einem Schuss Zitrone Das klingt ja Vielversprechend Hello I have birthday I wish you Some LP So Dann kriegen wir Auch ein bisschen Ziniva Viele lieben Nein Für den Support Lissandra Let's go Flody Viel lieben Dank Für den Support Ich fühle mich so gut Ich habe nichts gemacht Ich saß einfach nur Auf der Couch Und habe mir eine Pizza Reingestellt Aber es fühlt sich So gut an Oh mein Gott Wir sind nicht direkt Angestiegen Ich war Ich habe es nicht Ich habe es nicht Nach außen getragen Aber ich war sehr pessimistisch Ich war wirklich Ich war massiv Pessimistisch Too sweet Viele lieben Dank Für den Support Aber ich höre komplett auf Mit Competitive Das kann Selbstverständlich sein Ja Also Für ihn macht es einfach Sehr viel mehr Streamer zu sein Macht sehr viel mehr Sinn Er hat sich da was ganz Tolles aufgebaut Gerade jetzt auch Nach der Korea-Reise Gerade mit seinem Englischen Content Und Agorin hat ein sehr Also wenn er jetzt Wenn er jetzt nachlegt Und der macht Er hat jetzt Sehr viele Highlights gesetzt Korea und jetzt Den Aufstieg Der kann Richtig richtig loslegen Jetzt Ja So warte mal Ich hol mir ganz kurz Noch ein Getränk Leute Und dann spielen wir Das Ding her Let's go Oh Oh Ich freue mich. Ja, die können wir noch rein. Hui. Hui. Ich bin richtig müde. Und hyped. Danke an Faith für den Support. Willkommen, Leute. Habt ihr schon Pläne, wie es weitergeht mit der First-If? Hm, nö. Nö, haben wir nicht. Da müssen wir uns jetzt mal zusammensetzen und mal Tacheles reden, ja. Also wir hatten einen Plan, falls wir absteigen. Aber jetzt sind wir nicht abgestiegen. Jetzt müssen wir jetzt müssen wir nachdenken, ja. So. Aber liegt nicht an, es ist genau ein bisschen an der NNO-Synergie, was er aufhört mit NNO-Old Prime zu spielen. Verliert er dann sogar einen nicht zu verachtenden Teil an Viewern. Ich glaube, jetzt mit seiner neuen Ausrichtung Richtung Englisch ist es nicht mehr so krass, ehrlicherweise. Ich glaube, der hat sich da jetzt sehr, sehr gut einen eigenen Markt erschlossen, weil er halt einfach, er kann Content bieten, den sonst keiner bieten kann. Weil wenn ihr, wenn ihr überlegt, früher, es gab so, so Leistungsstreamer, ne, im, am, im englischen Bereich, so ein, äh, zum Beispiel ein TF Blade ist ein gutes Beispiel, ne. Zu einem gewissen Teil auch ein Tyler One, der, der Challenger zum Beispiel sehr gut gehalten hat, oder ein Baus, ne. Aber keiner von denen ist mehr ansatzweise auf dem Level, das Agorin hat. Das heißt, er, 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 er bietet einfach diesen Top-Level-Content, den keiner bieten kann. Ja. Nightblue früher auch ein gutes Beispiel, ja. Also ich, ich glaube nicht, dass die, dass, dass jemand diesen, diesen Top-Level-Content im englischen Bereich noch bieten kann, den Agorin bieten kann. Nö, 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 nö. Hallo, hallo, chat. Ja, gräst du, schön, dass du da bist. Nö, nö. Wenn Baus tridert, ist aber noch insane. Ja, Baus hat das, was viele Content-Creator haben. Es ist einfach, Langzeit zu motivieren, extrem gut zu spielen und gleichzeitig zu entertainen, ist rough, Leute. Das ist sehr, sehr rough. Und wenn ihr euch Baus anschaut, ne, zum Beispiel, das ist halt, also, er macht halt sehr viele Sachen für die Memes, ne. Okay, wir schauen ihn uns doch lieber nicht ab. Ja, das wollte nicht, was ich zeigen wollte, aber ich wollte noch zeigen, dass er halt einfach für Content halt sehr viele verschiedene Champions spielt und halt nicht optimal spielt. Danke an Kluake und Vertigo. Viele lieben Dank. Willkommen, Leute. Genauso wie der Marco-Schox. Okay. Novi, du bist ein Löwe. Ich hoffe, ja. Das wäre, also, das ist, wir haben einen krassen Winning-Streak auf dem Donner-Account. Wenn wir jetzt noch ein, zwei Wins holen können heute, wäre ich huge, Leute. Und jetzt wieder Wind-Challenge. Ne, ich bin jetzt drei Tage in Köln und dann am Wochenende mache ich 100% eine Wind-Challenge. Dieses Wochenende mache ich 100% eine Wind-Challenge. Ihr müsst halt mal spekulieren, dass Boss Malz ein Absicht in Loa Elo spielt. Äh, klar. Klar. Es macht auch sehr viel Sinn. Wisst ihr? Weil in niedriger Elo kannst du Plays machen, die du in hoher Elo nicht machen kannst. Das heißt, Top-Level-Content kann für Zuschauer sehr trocken sein manchmal. Weil du halt sehr vorsichtig spielen musst und sehr, sehr, äh, beschränkt in den Champions, die du spielen kannst, wenn das für euch Sinn macht. Das ist halt, du bist, du bist extrem eingeschränkt im Top-Level-Content. Es ist, natürlich macht das Sinn, äh, nicht unbedingt, also trotzdem High-Elo. Wisst ihr, Master-Elo ist ja trotzdem sehr, sehr hohe Elo oder Grandmaster ist ja trotzdem sehr, sehr hohe Elo. Aber du kannst noch dir Fehler erlauben und du kannst dir Varianz erlauben, die du, wenn du High-Challenger oder so bist, kannst du die nicht mehr machen. Und natürlich sind die Q-Zeiten absolut terrible, ne? Bist du deshalb noch Maße? Hey, ich bin Großmeister! Ui! Ich versuche gerade nach Challenger zu kommen, ist nicht einfach, ich war in Korea, das war nicht, Korea war nicht gut für mich, deswegen fahre ich jetzt dann wieder hin. hm, hm, hm. Sehr, ah. Hm. Hm. Welches Spiel, was du dich jetzt mit dem neuen PC spielen kannst, freust du dich am meisten? Äh. League of Legends? Äh, tatsächlich? Ich weiß nicht, ob das stimmt, vielleicht ist das kompletter Einbildung, Aber ich habe letztendlich das Gefühl, dass mit guter FPS Leak-Spielen nicht so verkehrt ist. Also das macht letztendlich einen Unterschied, glaube ich. Boah, elf Leben. Nein, nein, nein. Hm. Hm. Die so stand halt wieder. Ich wollte sie a bone aplatieren. Einwand kommt von unten. Hm. Sehr, sehr wahrscheinlich, dass der Almanaghan ist. Nicht zu flashen, sind leider immer zu gut hier. Passiv macht aber sehr viel Damage. Das unterschätzt man häufig, ne? Habt ihr da ganz gut gesehen. Lebe, Magier. 2-9. Ja, wenn er sie kriegt, ist es fein, aber ich hab versucht, dafür ihn zu baiten. Ich hab versucht, dafür ihn zu baiten, das war ein Riesenfehler. Weil der hat die ganze Zeit meinen Flirt gespamping, please. Oh, zum Glück kriegt er sie. Wenn er die da nicht gekriegt hätte, wäre ein solcher Super-GAU gewesen für uns. Ist trotzdem natürlich nicht gut, ne? Weil die Wave war so gut für mich und ich hatte Double-Buff. Oh, ich hätt's nicht machen sollen. Entschuldigung. Jetzt sind wir sehr, sehr fucked Metal-Leader. Let's fucking go. Das ist ärgerlich, Mann. Weil ich liebe, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe Lissandra gegen, gegen LeBlanc. Er ist der einzige Champion, mit dem ich einigermaßen fein bin gegen diese guten LeBlanc-Spieler in RL. Das fühlt sich immer als einziges Matchup für, gegen LeBlanc wirklich spielbar an aus meinem Champion Pool. Das war Respekten. Ein Google-Diff-Akali-Call. Wait, Agorin hat Akali gecallt? Für Flamer? Really? Was halt, Mann, ey. Also, äh... Küsst nicht auf? Bin ich nicht, ne? Ja. Okay. Zurück hier. Glückwunsch nochmal. In den Ohnmacht so Bock. Agorin ist einfach krank. Das ist insane. Also, ich hab das jetzt schon... Ne? Ich hab das jetzt schon ein paar Mal gesagt. Heute, aber... Also, Agorin echt... Alle mal reinfollowen. Alle mal ein Herzchen dalassen oder so. Das ist wirklich insane, dass der das gecarried hat. Das ist so huge für NNO und uns. Klötchen Klaus und definitely not Oli. No way, bist du Türke? Was? Ne, ich bin... Halb-Deutsch, halb-Österreich bin ich. Ich hab doppelte... Doppelte Storzbürgerschaft, Tobi. Was ist das hier? Mehr kann Agorin ersetzen? Ja, das ist jetzt die Frage, du. Also, jetzt wirklich. Das ist wirklich die Frage. Ich hab keine Ahnung. Kann man Agorin ersetzen? Ich mein, klar, wir könnten jetzt irgendjemand aus dem Twitch-Shit nehmen, der wahrscheinlich einen Upgrade hat. Ich weiß. Ich glaub nicht, dass irgendwer Agorin ersetzen kann. Wenn wir Jankos wirklich für einen Euro kriegen, könnte ich mir Jankos vorstellen. Hoxha? Hoxha? Hoxha ist auch... Der ist zu erfolgreich, ist Screamer, um noch... Hoxha wäre gut, actually, ja. Hoxha wäre wirklich gut. Aber das macht keinen Sinn für ihn. Der hat so eine erfolgreiche Content-Creation-Karriere. Das können wir nicht bezahlen, was der Mann wert ist. Gap a Jungle, I guess. Yes indeed. Gap a Jungle. Gap a Jungle. Hm? Hm? Soll ich ja den DRBs. Zwei gute Kuh-Hits da. Hm, wir müssen jetzt schauen... Wir müssen schauen, wie es mit NNO weitergeht. Ich möchte ehrlich mit euch sein. Etwa... Okay, ne? Ich sag das jetzt einfach mal, weil es auf dem Tisch war. Wir wussten nicht, ob wir überhaupt weitermachen würden. Wir wussten es nicht. So. Ob das Sinn macht? Aber jetzt mit einem Slot verteidigt, das ändert das Ding natürlich. Das gibt neue Hoffnung. Ist der Traum zurück? Keine Ahnung. Gerade bin ich sehr euphorisch. Vielleicht sollte man einmal drüber schlafen und mit den anderen reden. Ihr müsst verstehen, ein NNO ist für uns natürlich eine Herzensangelegenheit. Aber es ist natürlich einfach ein riesiger Tritt in die Eier und permanenter. Ein E-Sport-Owner zu sein. Hm? 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 was man sieht halt, ich finde halt also auch dieses Offline-Event heute finde ich hat so Spaß gemacht und dann siehst du solche Sachen wie zum Beispiel bei Carming Corp in Frankreich und was möglich wäre aber wir brauchen es ist einfach aktuell sind wir nicht wir sind einfach nicht professionell genug oder was heißt professionell genug wir sind einfach Pfeifen Pfeife ist gleich das richtige Wort rechnet sich denn NNO? ne aber weißt du das ist ja klar also du gehst ja nicht in E-Sport du gehst ja nicht in diesen Bereich weil du Geld damit verdienen willst das machst du ja nicht du gehst da ja nicht hin zum Geld verdienen sondern du gehst da hin weil du Gaming liebst, weil du E-Sport liebst weil du Bock hast da was aufzubauen deswegen gehst du in 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 E-Sport weil du ich meine jeder von uns hat früher Competitive gespielt war bei vielen vielen Teams im Laufe seiner Laufbahn bisher und jeder von uns wurde gescampt jeder von uns hat schlechte Erfahrungen gemacht bisher bei unterschiedlichsten Teams und einfach das anders anzugehen ist ja auch so ein bisschen unser Traum gewesen ne so ein faires Umfeld für unsere Spieler zu haben aber natürlich ist spielerischer Erfolg ist sehr sehr wichtig spielerischer Erfolg ist sehr sehr wichtig und wir sind einfach halt also wir sind halt keine Geschäftsleute das heißt wir haben halt einfach sehr sehr viel lernen müssen jetzt am Anfang wir haben einfach sehr viel lernen müssen die haben auch Geld verloren die haben bloß nicht viel verloren weil sie es halt vorher verkaufen konnten weil die haben auch Geld verloren natürlich weil die also klar die haben beim Cell Plus gemacht aber die haben halt sehr viel Kosten gehabt für Mitarbeiter und so hey job ist auf vielen lieben Dank dir schön dass du da bist ganz viel Spaß hier im Stream aber das gewinnen haben wir glaube ich sechs oder sieben Wins in Folge auf dem Highlocker und ja wir sind gerade komplett am Tourismus machen das Problem mit den achso das Problem mit Sponsoren ja also die Sache ist okay pass auf wenn wir aktuell Sponsorengespräche äh haben dann setzt du dich hin und du hast dann deine schönen Grafiken und dann erklärst du das NNO das sind unsere Kernkompetenzen das ist unser Ziel das sind unsere Ambitionen schaut unsere tollen Spieler an und dann dann sagen die dann sagen die Sponsoren die da sitzen ja klingt cool aber jetzt schieben wir das mal zur Seite ach ihr seid ja auch diese Influencer im deutschen Bereich sag mal mh ihr seid doch da auch involviert oder und dann praktisch das Team ist nicht wichtig sondern die Sponsoren wollen nur für unsere Reichweite bezahlen also für euch ne für unsere Reichweite die wollen nicht fürs Team bezahlen außer Aldi außer Aldi Aldi top lieben wir lieben wir bester Sponsor den es gibt aber die die meisten Sponsoren sind halt null interessiert an an NNO Prime und an unserer Idee und was wir da machen wollen sondern die wollen halt einfach uns günstig kaufen weil wir halt dann alle zusammen in dem Paket dabei sind du bist ja mh 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 Amaxing und Sexkandom vielen lieben Dank ich liebe Aldi ich glaube wir lieben alle Aldi Aldi es Numero Uno jedes E-Sport Team ist ein Minusgeschäft genau ja also wir sind auch nicht mit der Motivation da reingegangen und haben uns gedacht ey jo ich werde jetzt erstmal Bad Cash machen hier ne aber auch richtig abräumen die Scheiße du damit sind wir natürlich nicht reingegangen ja ist ja klar also es wäre auch sehr sehr vermissen gewesen so rein zu gehen so aber wir hatten natürlich schon die Hoffnung dass wir nicht zweimal Zehnter werden wisst ihr ja und dass unsere Legacy die wir über drei Jahre aufgebaut haben mit NNO Prime äh mit NNO Old dass die innerhalb von einer Season vorbei sein kann bisher damit hatten wir halt nicht gerechnet will ich ganz ehrlich mit euch sein wir hatten nicht damit gerechnet dass das so schlimm wird ähm aber wäre es nicht trotzdem gut ein Mittelding zu nehmen mit den Investoren auch wenn die nur euch wollen und ich das Team ja also das ist halt alles weißt du die Sache ist wir könnten das Geld halt auch für uns nehmen ähm oder wir könnten die Reichweite für uns nehmen das heißt praktisch jeder von uns hat massive Opfer gebracht damit NNO Prime funktioniert und damit Geld da ist wir haben Sponsorendeals abgelehnt wir haben Events gemacht die wir sonst nicht hätten machen äh die wir sonst nicht gemacht hätten wir haben extrem viel Streamzahl getroppt dafür ich hab zum Beispiel Teile meines Aldi Deals abgegeben ähm damit äh damit Geld zur Verfügung ist im Budgetplan und NNO gesponsert werden kann ne damit das funktioniert ja also jeder von uns hat halt sehr viele Opfer gebracht und das ist halt die Frage also rentabel ist es auf keinen Fall es ist wie gesagt ein permanenter Tritt in die Klöten aber es macht natürlich trotzdem Spaß Team-Owner zu sein und die Hoffnung ist noch da vor allem jetzt nach der Series wie gesagt wir müssen uns jetzt einfach mal zusammensetzen und uns überlegen was wir machen wo die Reise hingeht äh Algorin raus Algorin war nur für die Relegation eingeplant ich weiß nicht was seine Pläne sind die Wege des Algorins sind unergründlich das müsst ihr immer euch merken aber ich geh mal davon aus dass er nicht weitermacht ja also würde mich sehr wundern wenn er weitermacht was soll das her ich weiß nicht dass es direkt wieder den Berge runter geht wenn ich glaube dass der Effekt von Algorin schon länger zu spüren ist was der auf der Spieler jetzt gehabt hat würde mich sehr wundern wenn nicht aber du musst natürlich jemanden finden der jetzt gut ins Team passt und wir müssen jetzt erstmal in unser Team hohen wie es denen geht ob sie Lust haben ob sie weitermachen wollen ähm und wir müssen auch jetzt mal bei uns halt rein hohen wollen wir weitermachen wo geht für uns die Reise hin aber die Hoffnung ist dass man das natürlich alles hinkriegt jetzt das ist die Hoffnung natürlich aber ist das eigentlich crazy wir in den Ohr einfach 30.000 Euro also dieses offline Event absolut geil absolut gelungen muss ich ganz ehrlich sagen super super cool das ist auch also die Zuschauerzahlen sind verrückt dass da so viele Leute von euch immer noch Bock haben mit uns zusammen auch wenn wir so ein bisschen eine Loser-Vereinigung sind hier gerade dass ihr immer noch hinter uns steht und die Fackeln schwenkt und die Flaggen schwenkt ist schon sehr sehr nice hat NNO heute gewonnen NNO gewinnt immer merkt ihr das Mini-Jungen wir sind ein absolutes Gewinner-Team und erklärt Platz 10 dann Platz 10 die Prime League die Prime League war schuld und zwar haben die uns immer wenn es regnet die Blue-Seite gegeben und das hat nicht funktioniert für uns das hat nicht funktioniert für uns also eigentlich an allem ist nur die Prime League schuld wenn wir die Red-Seite gekriegt hätten dann hätten wir gewonnen glaube ich ja ich glaube das ich glaube das kann man das kann man so auf jeden Fall sagen ich warte mir ja wirklich massiv Schaden der VW dass die Sugubi tot Entschuldig bitte Ja kommt Johnny Johnny läuft in die falsche Richtung und alle Gegner sind toten bevor Johnny kommt aber Johnny ist tendenziell in der Regel in der generellen vicinity des Teamparts alright was ist das hier du sagst ihr macht keinen Gewinn aber Oval kriegt ja doch viel mehr Traction was also ich glaube nicht dass das stimmt tatsächlich weil weißt du den also es ist ja so dass wir als Einzelpersonen haben den deutschen League-Markt ja schon ziemlich gesättigt weißt du und wir erschließen da ja also die Leute die praktisch LNO feiern die schauen ja eh schon unsere Streams so an sich weißt du Lissandra hört sich so an als wenn man ein Tennis-Match der Frauen da musst du dir mal die koreanische Lissandra anhören weil die hört sich nämlich an wie auch was aber nicht ein Tennis-Match und ich könnte mir vorstellen dass Johnny Sin involviert wäre danke an Philipp und El Maukai viele liebe Dank willkommen wer ist das ähm ach so Johnny Sin ist ein eins der bekanntesten Multitalente der modernen Zeit äh der hat sich nicht nur Namen als Doktor als Anwalt als Polizei als Feuerwehrmann als Poolreiniger gemacht sondern auch in auch in der Raumtechnologie zum Beispiel äh ist er einer der der Raumfahrer die ganz hoch hinausgegangen sind das ist eigentlich ein ja wie soll man das nennen ein Vorreiter moderner Maskulinity ja ja äh ein Intellektueller ein Gelehrter ein Macher ne ich glaube er hatte seine Karriere das ist eine Sache die man sagen kann ich glaube er hatte sehr viele Höhepunkte in seiner Karriere sehr sehr viele Höhepunkte wahrscheinlich mit die meisten und auch im Bereich der Höhlenforschung war er sehr aktiv Vorreiter möchte man sagen hat sehr sehr viel unbekanntes Land erschlossen so und dann auch diese diese Humble Beginnings diese diese einfachen Jobs ne wie viele Rohre wie viele Rohre hat Johnny gereinigt das sind einfach so Sachen das sind einfach so Sachen du da wird dir echt beeindruckend sehr sehr beeindruckend sehr das ist mein Job krass hoffentlich hat das keiner verstanden so also wir gehen rein jetzt hier wir haben unseren nächsten Win let's go meine Damen und Herren 743 LP wir sind auf dem hohen Account auf einem 1 2 3 4 5 6 6 6 Winning Streak und wir haben 6 mal in Folge hier auch Mitte gespielt sogar 7 mal in Folge 8 mal in Folge 9 mal in Folge jetzt sind wir auf einem also jetzt sind wir richtig am Start ja da kannst du dir sicher sein dass das jeder verstanden hat sehr gut das ist das ist mein Job hier paar Witze gehören sind in der Jobbeschreibung von einem Influencer dabei wenn ich nur einen gerade zum Lachen gebracht habe dann habe ich meinen Job gut gemacht Leute okay Challenger Distanz ich irgendwas mit 800 irgendwas also 100 LP oder so noch glaube ich man kann es leider nicht genau sehen aber ich glaube es sind um die 100 LP sind es für Challenger noch irgendwo hier ist es so 850 so sucht ihr denn noch Sponsoren für NNO wie gesagt Leute lasst uns bitte jetzt erstmal als Team ein ernstes Gespräch führen was wir machen wir wissen es nicht wir wissen nicht was wir machen ich glaube der Grundkonsens ist schon dass wir gerne weitermachen würden bisher das ist ein Herzensprojekt aber wir müssen uns jetzt einfach mal zusammensetzen und halt einfach miteinander reden bisher wo die Reise hingeht für NNO ich lerne ich lerne gerade für Maschinenelemente und du hast mich zum Lachen gebracht aha viel Erfolg dir auf jeden Fall finde es nicht gut dass du die Partnerin von Johnny nicht erwähnst die hatten auch harte Arbeit das waren so viele weißt du findest du die Entwicklung von Solar wie meinst du die Entwicklung von Solar gut aussehend ja gut aussehend braungebrannt 100 Kilo Handelbank ich muss ganz ehrlich sagen als ich Solar kennengelernt hab war das ein schüchterner Nerd genau wie ich und ich bin immer noch ein schüchterner Nerd außer dass ich jetzt noch fett bin und er ist einfach zum absoluten Giga-Chat geworden der ist komplett entspannt unterwegs der ist mittlerweile verlobt so dem geht's richtig richtig im Einklang mit sich danke an Larry und Consta ist mit dabei hast du schon mal überlegt einen Podcast zu starten nein aber ich habe überlegt einen ASMR Stream zu machen hört ihr den Rausch meiner Stimme das sanfte Atmen okay ich weiß nicht wo ich da hin wollte mit dem aber ne für dich ASMR sehe ich ich wäre sehr sehr gut bei ASMR ja ich habe vor zwei Tagen geheiratet Viruskönig sehr stark ne ist sehr sehr stark Glückwunsch ne alles alles gut euch beiden aber deine Elo ist höher also ist es ein Win für dich ist goddamn right ist meine Elo jetzt höher als Agorin mit dem Winstreak heute offiziell der bessere Spieler wir haben 30 LP mehr klapp was in den chat bitte 30 LP drüber oh Agorin lass euch mal kurz in die Rangliste gehen mal gucken ob wir dich überhaupt sehen können von unserer Elo bei 743 oh da muss ich schon wieder das Teleskop lass mich mal kurz das Teleskop aufbauen ui 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 da ist wo ist er denn hier Tolkien ist sogar hier okay und jetzt weiter boah da müssen wir zum Hubble Teleskop raus ich seh's schon da müssen wir raus da ist immer noch niemand wo ist er denn oh da ganz da unten circa 20 LP von uns entfernt kann man ja überhaupt nicht sehen danke an Fizz für den Support willkommen Leute danke an 53492 einen wundervollen das freut mich zu hören Leo wir müssen mal gucken wo die Reise hingeht warum steht hier Rang 13.167 bei Grandmaster das ist praktisch hier in der Mitte fehlt so ein Trennstrich das ist komplett verbuggter Ding das ist leider ist halt komplett verbuggt aktuell da fehlt irgendwo ein Trennstrich und die Zahlen überlappen so und stimmen nicht wir sind aktuell Rang keine Ahnung Rang 800 oder so wahrscheinlich irgendwie so Rang 800 würde ich tippen auch Bio Bauer der Bio Bauer Baus appreciated Bio Bauer schön dass du bist ganz viel Spaß hier im Stream danke auch an Nights der Boogie und Ril Pali ist mit dabei willkommen Leute das letzte Mal als du das gemacht hast ist Agurin zweit Tag Spiel Rang 1 geworden scheiße der hat jetzt auch Zeit also Agurin hat jetzt tatsächlich auch Zeit nachdem er NNO durchgecarried hat das hätte ich nicht sagen soll danke auch an die Bio Salami viele lieben dank dir ja was machen wir jetzt Leute wollen wir über unsere Gefühle reden ich mag dich was fährst du für ein Auto ähm ich hab aktuell kein Auto ich hab nur ein Fahrrad spielepapst viele lieben dank für den support sprichst du eigentlich in deiner Freizeit mehr bayerisch noch eh jo also normalerweise spreche ich nur bayerisch aber das ist aktuell ein bisschen schwierig weil die meisten leute sagen sie verstehen mich nicht so richtig und ich spreche schon sehr hochdeutsch ist bayerisch aber ja ist leider in der Streaming in dem Streaming Bubble muss man leider hochdeutsch reden weil bayerisch weird ist na progress danke dir für den support willkommen willkommen man kommt da in Lambo ich halte nicht so viel von Lambos ich glaube wenn du jemand bist der gerne Auto fährt der viel Auto fährt das dein Lebenstraum ist der so die PS mag der vielleicht auch mal auf eine Rennbahn geht oder so dann macht ein Lambo Sinn Argorin vielen vielen Dank für den Raid aber noch viel mehr vielen vielen Dank für deine Leistung das war absolut amazing heute ich hoffe ihr habt alle bei Argorin reingesuppt euren Prime für den Monat aufgehoben für ihn ich hoffe ihr habt alle reingefollowt der Mann hat NNO alleine gecarried hat NNO die Möglichkeit gegeben aufzustehen weiterhin Div 1 zu spielen also nicht selbstverständlich auch weil es auch eine Menge Zeit eine Menge Leistung von ihm gefordert hat jetzt Nuno mit also ja dickes Dankeschön an dich Argorin für den Raid und für deinen Einsatz bei NNO sehr sehr stark und was ich fragen wollte wir haben ja noch 520 Euro im Monat über und ich dachte mir mach doch weiter für 520 und ich lege auch noch 50 Euro Aldi Gutschein drauf und die Milchmäuse ich habe noch einen Sack Milchmäuse im Keller die würde ich auch noch mit drauf legen jetzt würde ich mal haben also das ist aber finales Angebot und der Agurin nicht coachen Agurin könnte auch coachen aber es wäre noch cooler wenn er spielen würde glaube ich ich glaube es wäre noch cooler wenn er spielen würde er hat so viel schon gemacht das ist nur ein Scherz das ist nur ein Scherz das ist absolut nicht ernst gemeint was Agurin gemacht hat für NNO ist absolut incredible also muss ich muss ich muss ich muss ich auch mal muss ich auch mal erwähnen ja das ist nicht nicht ernst gemeint wurde schon gekickt nein Agurin goddammit panda warum danke an raccoon und kaiser nico vielen lieben dank nein 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 high calorie shrimp kreatur und karina viele lieben nein für den support bröki hat sich für jungle angeboten könnte kann ich nicht nein nein panda nein nicht bröki jungle oh mein god nein äh leute ich hab einen primely slot zu verkaufen first ganz frisch ganz frisch frisch vom hanger ne ähm guter preis wenn ihr wenn ihr wollt also ich ich hätte da einen wir haben starspieler am start richtige urgesteine der szene also wir können wir können wir können da auf jeden Fall was machen ne wir können da auf jeden Fall was machen mhm 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 jappi vielen lieben dank dir und strawberry cheesecake auch da einen wundervollen wünsche ich sag mal aber jetzt wo du zeit hast wollen wir uns denn mal also das ist jetzt natürlich über den stream immer schwierig aber wollen wir uns denn mal zusammensetzen weil da gibt es noch was zu planen äh vielleicht so morgen wann du halt Zeit hast oder vielleicht können wir uns dann mit allen zusammensetzen das wäre echt mal wichtig muss ich sagen mhm jan eric storm viele lieben dank für den support weil ich würde das jetzt gerne mal festmachen und dann sollten wir vielleicht da mal die Hebel in Bewegung setzen alles klar dann schreiben wir uns auf äh du kannst mir einfach auf whatsapp schreiben wann du morgen Zeit hast weil ich hab morgen einen Reisetag ich bin sehr flexibel kannst einfach schreiben wann du Zeit hast und dann machen wir immer einen discord call dann gebe ich den anderen die Zeit auch durch king ghidra viele lieben dank für den support mhm so mhm mhm und eigentlich die wollen wir in einen crack machine mhm ok au mhm korea ist schon geleakt nein korea ist nicht geleakt leute wir gehen nämlich nicht nach korea jetzt ist es raus n o goes äh äh vietnamserver yay wenn die world sind und alle guten spieler aus dem vietnamesischen server nach korea gehen gehen wir zusammen nach vietnams und mischen mal richtig einen auf jetzt da so das ist die idee die zeit für n o ist gekommen mein damen und sind ich weiß nicht ob hat afrika einen eigenen server ich weiß gar nicht ehrlicherweise korea ist verlass korea ist so eine leak maschine die ganze zeit und das ist unglaublich wisst ihr wenn ich was leake dann ist es mit plan gelegt ne dann darf ich dann legen aber wenn korea haut einfach irgendwas raus ist alles Ich hab den Cannon verpasst, nein, das tut immer so weh. Warum macht mein Jungle Aktionen, wenn meine Wave so steht? Oh, Mann, ey. Jetzt hab ich einen Kill und zwei Assisten und bin volle Kanüle behind. Wait, außer sie geht nicht base, die Kassia. Da bin ich nicht behind. Was ist das denn? Shit. Hm, Bierfahrer... Ne, was? Bierfahrerbeifahrer99. Vielen lieben Dank. Also ein PPP-Cast war schon gut, ne? Ist legit ein insaneer Caster, ja. Ohne Scheiß. Ich glaub, Kani ist letztendlich... Wahrscheinlich der beste... Äh, mein Druck ist auch sehr gut, ne? Hm. Akani ist schon sehr gut, muss ich sagen. Ich wusste es, der war ja mal bei mir zum Kasten von einem NNO-Geld. Und ich war komplett perplex, wie gut der Kast steht, muss ich sagen. Also in jedem Spieler was Bestes... Okay, also... Wer macht was am besten bei NNO? Ähm... Okay, also der beste Spieler... Ah, komm her. Das müssen wir einfach anerkennen. Der kriegt den... Der beste Spieler kriegt da. Dann... Bester Karaoke-Sänger. Trollkin. Rookie sieht am besten untenrum aus. Aber das ist auch der einzige, bei dem man das so häufig sieht. Ähm... Kani... So, Kani... Play-by-play-cast. Ähm... 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 Ich... Niemals hat der Stun gehisset. What do you mean? What? Was war das für ein Stun von Laprop? What? Ich habe nur neun Geschichten. Aber ich habe unlimitierte Leben. Ah. Ähm, 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 ähm... Okay... Das sieht nicht so gut aus für uns. Das geht leider, ne? Das ist dieser scheiß Lane Freeze, ne? Auf den wir weggeräumt sind. Oh Gott, wir haben ja eine Blautop. Das hier jetzt ist ja terrible. Das ist die... Wie töten wir denn später? Wir haben keine Frontline. Immer noch nicht Level 6, äh, das suckt. Und der Cain von denen ist auch wieder fett. Und das ist leider ein sehr, sehr guter Cain. Ein, äh, ein wundervolles Cain-OTP. Okay. Okay. Hm. Hm. Warum ist er jetzt sauer? Weil ich den Key genommen habe, oder das? Hey. Ich finde das voll gut für mich. Hm. Hm. Hm, 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 hm. Hm. Oh, hm, hm. Oh, hm, hm, hm. Oh, 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 hm, hm. Jetzt noch einmal crew, dann höre vielleicht unsere Salzboot rum. Oh. Au. Sexy movement, ja. Satya? Was ist das? Hm, hm. Da, na, 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 na. Yes. Jetzt mal Flash, Flash. Actually weiß ich nicht, ist ja kein Geflashter? Ist ja gar nicht hundert Prozent sicher. Hm. Ich weiß, dass die Castle hier auch geflasht. Vielleicht gesehen. ist aber Bonke warum ist der denn so sauer? Entschuldigen Sie ist er die Amato? wie ist der so sauer? 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 er ist jetzt schon Bluecane, das ist eigentlich sehr sehr scary wie ist der so sauer? wie ist er? wie ist der so sauer? wie ist der so sauer? wenn du dich bei ihnen entschuldigen, das bestätige noch mehr tatsächlich die meisten so toxischen Flamer kommen nicht damit zurecht wenn du dich entschuldigst also aus meiner erfahrung das heißt wenn du dich entschuldigst, dann hören die einfach auf aber mal schauen das passt nicht in dein Gehirn rein 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 ich hab den Action nicht gesehen, dass der da ist wie ist der denn an der Leblanc vorbeigekommen? ok, schauen wir mal auf die Map das war ein huge shutdown ey, die Dings spielt so cracked, die Kassio die ist nicht zu treffen, manchmal manchmal läuft sie in jedem Skillshare dran da kann ich einfach überhaupt nichts treffen heftig die Crack-Maschine ist aber auch verdammt cracked for movement, das ist sie ja das ist ja wirklich ja, ich hab keine Ahnung wer das ist, ne ich werd ja nicht sagen ihr könnt ausrufezeichen Mitspieler wenn es Yamate wäre, der wäre eingetragen wieso mühtest du diesem Talon nicht? ach, das schört mich überhaupt nicht ich wurde schon so viel geflamed in meiner Laufbahn in meiner Karriere, mein Gott das gehört einfach mit dazu, das ist in der Job Beschreibung in League of Legends wirst du beleidigt werden du wirst geflamed werden, das ist immer so hm 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 fahrer hm 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 das ist ja So, wir sollten jetzt anfangen zu Sidelainen hier. Nö, 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 nö. Gehen wir hier nach unten. Mich wird immer noch interessieren, warum der so sauer auf mich ist. Der ist so wütend. Ich habe die große Befürchtung, dass unsere Top-Lane LeBlanc auch nicht so gut für uns sein wird später. Hier stehst du bis jetzt heute? Ich stehe 6 zu 1. Ich bin mal plus 5, bin ich gerade. Aber das Game sieht jetzt sehr schwer aus. Ja, wenn es euch stört, dann mute ich ihn. Mir ist das normalerweise sehr egal. Die können flamen, so wie sie wollen. Ich meine, krass, der ist sehr nervig, der Kerl, aber... Haben sie gewordet hier. Ich bin eigentlich halt nie auf der Sidelainen stehen, ne? Welches Item brauche ich hier? Sonjas? Der Kaine kann mich sonst halt immer one-hitten. Gehen wir den Kaine. Ich hätte nicht gedacht, dass das reicht. Ich glaube, wir müssen hier Sonjas gehen, na? Besser zu killen. Ich meine, den Mitte zu killen, das ist sehr huge. Unser Articary ist gefeedert, aber... Was kann unser Articary gegen diesen gefeederten Kaine machen? Das ist die große, große Frage. Da steht einfach 12, 2 und one hittet die gesamte Map, der Boy. Schaut, dass er keine Agro gekriegt hat. Der hat schon wieder ult. 1000 Gold für sie. Der hat es schon wieder ult. Der hat doch gerade erst, hat er geultet. Okay. Das hat sich wohl auch, dass man 1000 Gold für die Siege gab, ne? Ich meine, es ist nur Jungle und Bard, wenn mich an die komplett ausrasten. Ich will nicht, wenn ich mich an die Bühne verlebt, wenn ich eine Bühne verlebt, wenn ich mich an die Bühne verlebt. ist das disgusting man ich weiß nicht ich ich kann den mit dem charme halt nicht strahlich treffen immer diese jungler zurzeit immer immer diese jungler der drag wäre also so gut für uns kein wäre auch gut sieht auch sehr lustig aus für den seon der ist nicht gestorben der jubi wie hat sich der gehalt war da noch ein bad block oder was gott ich bin komplett nutzlos holy shit ich mache nur der mit ich bin auch 130 cs bei der 20 minuten mit meiner arie dieser scheiß bartmann der macht wir haben hier nach oben der kane und der bart machen einfach 2v8 so das ist so crazy wie gut die zwei spielen was sollen wir gegen die nur machen das wird schon lange dauern bis wir den hier können Es ist das krank, diese Rolle. Ist das krank, diese Rolle zurzeit. Fucking Jungle, man. Nerf doch diese Drecksscheiße endlich. Ey, das ist ja so disgusting, was der hier machen darf in dem Game. Einfach niemand darf das Game spielen außer dem Game. Niemand auf der Karte darf das Game spielen außer dem. Das ist so krank. Mit 18-4 dürft ihr keine Kills machen. Na, einfach, Leute, mir kann keiner sagen, dass Jungle Balance ist aktuell. Also, du musst wirklich delusional sein, wenn du denkst, Jungle is balanced. Das ist so frech, was der machen darf in dem Game. Wie einfach der über die Map läuft. Ich meine, natürlich ist der gefiedelt, aber wie ist der fett geworden? Wie viel Impact darf der aufs Game haben? Das ist absolut nicht balanced. Also, absolut nicht. Du musst Talon dann use this, weil Jungle halt sehr hart snowboard. Alles Wollung. Ja, ist wichtig. Wir haben noch nicht verloren, wer will. Entflasht, der will. Dann sollt ihr auch sterben, sagen wir mal. Oh, so, jetzt kriegen wir eine Menge Fragen, ja. Problem ist bloß, wie lösen wir das Nest-Problem, äh, das Soul-Problem gleich. Jungle kann 100 Gold pro Jungle. Leute, es gibt mittlerweile sogar vom Lead Game-Develop, dem Design, Freak, der sagt, dass nach ihren Metrigen Jungle 20% besser ist, als jede andere Rolle im Game. Aber sie können die Rolle nicht nerven, weil Jungler so weinerliche Loser sind. Das ist der einzige Grund. Das hat er ein bisschen schöner verpackt, ne, ein bisschen diplomatischer gesagt, aber das ist die Quintessenz der Aussage. Ja, ich glaube, ich glaube, dass ich, also, Agon sagt auch, dass Jungler-Bogen ist, oder nicht. Für mich zumindest ein sehr Wunder, wenn nicht. Na, 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 na. Wenn ich jetzt hier schnell dann freistellte ich diese Link hin, oder? Oh, der wandert insgesamt mit die Embole. Okay, cool. Huh. GG Worldplay Ich mein, das war auch ein bad Game von mir No, damit endet unser wundervoller langer Winning Streak Ah, Mann, ey Das war so ein beautiful Winning Streak davor Der war so wunderschön, Leute Bis 700 LP hoch Aber das war auch ein mieses Game von mir Muss man ganz ehrlich sagen Pain mit dem absoluten Actually, man muss sagen, der Bart hat auch Wahnsinnig viel gemacht, also Labrov Labrov ist immer einer der besten Solo-Q-Supporter, die es gibt Der war ja auch schon mehrfach Rang 1 Unser wunderschöner Winning Streak Das ist okay Ich hab nicht gut gespielt, ich hab's verdient Zu verlieren, die Runde, das ist völlig okay Das ist völlig okay, ich hab wirklich schlecht Gespielt, natürlich kann man sich da aufregen Aber ich hab viele Situationen gegen den Bart und gegen den Cain nicht gut gespielt Und deswegen konnten die Snowballen einfach Die Rolle ist auch maximal dumm Man geht even, die ganze Laning-Phase Nur noch PvE Und ohne wirkliche Lane-Gegner Also, Jungle ist einfach Also, Jungle ist aktuell einfach sehr toxisch Für Jungler selber doch auch Weil Jungle Snowballt doch viel härter Als jede andere Rolle Weil wenn du ein Lead bekommst Wenn ein Laner einen Fehler macht Und dem Jungler ein Lead gibt So wie in dem Game Dann hat der andere Jungler gar kein Game mehr Weil der ist bei jedem Objective schneller Der cleart jedes Camp schneller Der kann jedes deiner Camps contesten Und so weiter Also das ist ja Ich glaub, Jungle, so wie's jetzt gerade ist Ist für niemanden lustig Kann ich mir zumindest nicht vorstellen Warum lockst du jetzt um? Ja, weil wir jetzt praktisch Wir haben jetzt heute Acht Hilo Games gespielt Und von denen haben wir sechs gewonnen Was ein sehr, sehr gutes Resultat ist Aber ich hab nicht gut gespielt In dem letzten Game Das heißt, es wär sehr dumm Jetzt weiterzuspielen Dann machen wir alles Was wir jetzt aufgebaut haben Unser ganzes Plus halt kaputt Der Cain hatte sicherlich keinen Spaß Ich mein, der hatte schon Spaß Auf jeden Fall Aber im nächsten Game Passiert dann genau dasselbe Wie in dem Game Bloß andersrum, weißt du Ich mein, der hatte bestimmt Sehr viel Spaß in dem Game Ganz klar Danke an Tariya Sagi Für die 40 Und Don Pavlov ist mit dabei Willkommen Er ist aber auch hart am Smurfen, der Boy, ne Ach, du Scheiße, Mann Das ist ein krasser Blue-Cain Komm, das sind ja richtige Hilo Games, die der spielt auch Darf man ja auch nicht vergessen Ach, heftig, ey Der macht versiertes Game Wollen wir nein Leider erwarten, Leider auch Dass man als Jackener So eine Performance bringt Ja gut, aber das ist ja Ein selbstgemachtes Problem, ne Wenn deine Rolle Die Rolle mit dem höchsten Impact Aufs Spiel ist Dann ist natürlich die Erwartungshaltung Von den Leuten auch sehr hoch Das ist ja klar Wenn die Leute hier diskutieren Obwohl Riot das schon selber bestätigt Naja, das ist natürlich Wisst ihr Wenn ich selber Jungle Main wäre Würde ich auch nicht sagen Jungle is broken So Das ist genauso wie ich zum Beispiel Aktuell sage Dass Mitte so schlecht ist Wie noch nie Stimmt das? Wenn ich tief in mich forsche Wahrscheinlich nicht, ne Wahrscheinlich, also Mitte Ist wahrscheinlich immer noch gut Und ich bin einfach manchmal Ein bisschen kacke Und mein Champion Pool Funktioniert nicht mehr so gut Weißt du ja Die Top 20 von Europa Warte OPGG Leider EO West Leaderboards Ich weiß gar nicht Wer aktuell oben ist Wir tippen relativ viel AD Carry Ja, AD Carry ist sehr, sehr gut Also wir haben ein Support Auf der 1 Dann haben wir einen Jungle Main Das ist ein Belbev OTP Dann haben wir AD Carry AD Carry AD Carry Support Dann ist hier der erste Midlaner Das ist Caps Dann kommt wieder ein Jungler Dann kommt ein Cassio OTP Der war mal 1 Der ist mittlerweile glaube ich Sehr viel flexibler Aber ist ein Midlaner Da ist unser erster Toplaner hier Dann haben wir noch einen Midlaner Jungle Jungle Top Jungle AD AD Support Support Top Sieht alles sehr gut gebalanced aus, oder? Auf höchstem Level Wenn ich mich jetzt nicht täusche Ein bisschen mehr AD Carries und Support Als der Rest Aber sieht relativ gut gebalanced aus, oder? Support actually Sehr, sehr viel Support Mit ist doch kaum vertreten Doch, doch Du hast Hier hast du Caps G2 Dracarys ist Caps Ähm Und dann hast du Dann hast du Sertus Und du hast Roilkanin Das heißt, du hast drei Midlaner Hast du Drei Midlaner aus 20 Oh ja Pick Cassadin und lass mich mal ein Gangplank spielen So Oh, warte Dann können wir vielleicht noch einmal runterswappen Ich würde gerne warten Okay, ich bin jetzt einfach Gangplank hier Bei der 2KLP Ja, dieses Ziel sind Also es gab jetzt schon mehrere Spieler mit 2KLP Der Bibit Yara hat da auch schon 2KLP Wie sieht es auf anderen Servern aus? Wie sieht es in den Korea aus zum Beispiel? Ist da oben In Korea ist es Jungle AD Top AD Mitte Jungle Das ist auch Jungle Support Jungle Mitte AD Wahrscheinlich Mitte AD Top Auch sehr gut gemixt irgendwie Also wirkt so Ich glaube, was man sagen kann Ist, dass am meisten Articaries vertreten sind, oder? Oder nicht? Das wirkt sehr, 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 sehr Articary-lastig Gefühlt Lupa Lubin Viele lieben Dank dir für die Tier 3 41 Monate schon mit dabei Schön, dass du mit dabei bist Und Käpt'n Kuroch Genauso wie der Marke Ma Ist mit dabei Einen wundervollen wünsche ich euch Denkst du, wenn du mal mit dem Streamen aufhören solltest Hast du ausgesorgt? Oder musst du noch arbeiten danach? Äh Also ich glaube Realistisch gesehen Wenn mein Stream so gut laufen würde Wie Die letzten Wie die letzten 2, 3 Jahre Wenn ich dann noch so 5 Jahre verdienen würde Dann würde mir Ein sehr basic Job Für den Rest meines Lebens reichen Würde ich sagen Voice Break Und Blindi Viele lieben Dank Für den Support Du kannst nicht Du Kühn in Halo Frozen Sea Ich glaube Ehrlicherweise Dass das Game Aktuell relativ gut Gebalanced ist Ich hab's gesagt Also was Impact der Rollen angeht Ich glaube Du kannst mit jeder Rolle Aktuell erfolgreich sein Das einzige Worauf wir uns einigen müssen Ist dass Jungle Broken ist Das ist alles Was ich Was ich Was ich Da müssen wir uns Leute Leute Nein Nein Darauf müssen wir uns leider einigen Jungle Jungle ist leider broken Es tut mir leid Twitch-Chat Der große Schub kam doch damals Mit der ersten A-Z-Challenge Oder Na ich bin sehr konstant gewachsen Einfach Es gab immer mal so kleine Highlights Twitch-Rivals ESG-Hype NNO-Hype All-Star-Turnier Und so Es gab immer so kleine Events Die mich gepusht haben Aber ich bin eigentlich immer sehr konstant gewachsen Über die Zeit Okay Dankeschön Danke Tatsan sagt Jungle is weak Meinung Ich glaube jeder sagt über seine Lane Dass sie weak ist Weil das ist einfach so ein Coping-Mechanismus Ich meine Wie gesagt Wenn ich ehrlich drüber nachdenke Und reflektiere Ich glaube nicht Dass Mitte wirklich schlecht ist Du kannst auch in Mitte Carrying Ich muss nur besser werden Und ich versuche es aktuell Ich hoffe ihr merkt es Ich versuche wirklich besser zu werden Und mich zu pushen Und wieder ein bisschen mehr hinzukriegen Aber es ist nicht einfach Es ist echt nicht einfach ARD-Carry ist die schlechteste Rolle Nee ARD-Carry ist die beste Rolle Im Late Game ARD-Carries Definieren aktuell Das ganze Late Game eigentlich Und Jungle und Support Zusammen mit Mitte Definieren das gesamte Early bis Mid Game Wie gesagt Es gibt Also es gibt ein gutes Argument Dafür zu sagen Dass tatsächlich ARD-Carry Die beste Rolle aktuell ist Da gibt es immer Also es gibt verschiedene Lager Es gibt Solo-Laner Sagen meistens Dass Jungle die brokenste Rolle ist Weil das halt Also Jungle geht ja halt Extrem auf die Nüsse Und alle anderen sagen Dass ARD-Carry die beste Rolle ist Mhm Top ist ein Meme Und es ist falsch Das ist auch Also das ist Das war mal Top war ein Meme Aber jetzt gerade ist Ich meine Selbst wenn ihr Tolkien fragt Selbst Tolkien sagt Topland ist mittlerweile fein Topland ist sogar gut Im Competitive vielleicht Die beste Rolle So Topland ist insane gerade Einfach nur weil die Items Und die Champions so gut sind Das ist was ich meine Ihr könnt aktuell mit jeder Rolle Climpen Der einzige Faktor Warum ihr nicht Climpt seid ihr selber Und es ist so einfach Halt Ausreden zu suchen So wie ich im letzten Game Hab ich gut gespielt Ne Ich war komplett scheiße gerade Ich hab komplett geintet Ich hab mich Snowballen lassen Ich hab Freekills abgegeben Ich war selber schuld Dass ich nicht geklimpt bin So Wenn ich den Jungler nicht enable Wenn ich die Bard Rooms Besser respektiere Gewinne ich das Ne Die Jungler sagen auch Ah der Carry ist die beste Rolle Ich glaube ja Aktuell Es gibt keine Rolle Mit der ihr nicht Climpen könnt Es gibt keine Rolle Mit der ihr nicht Carrying könnt Aber ist nicht Riot auch damit aktiv Die Meter steuern Vielleicht weil Jungle Das Game über die ganze Map trägt Ne aber Jungle Im Pro Play Ist ja gar nicht broken Im Pro Play Spielst du eigentlich Nur Dork Jungler Das eine Team Pickt Sejuani Das andere Team Pickt Maokai Und dann wird der Jungle Gehandshaked Und beide farmen Und werfen Saplings Und irgendwelche Seju Bowlers Weißt du Jungle ist in Solo Queue broken Weil es so viel Chaos gibt Weißt du Es gibt so viel Chaos Deswegen hast du halt Einfach sehr viel mehr Die Möglichkeit zu Snowballen Kexila Viele lieben Dank Für den Support Deswegen sieht sich Argory in die Games Im Anschluss auch an Auch wenn es ein Win war Dieser Teil ist Sehr selbstkritisch Ja du kannst immer was lernen Das ist ganz wichtig Das ist eine Sache Die man lernen muss Mit der Zeit Du kannst immer was lernen Du kannst immer besser werden Oh no Hoffentlich ist es nicht Der selbe Talon Ist dann Elu hat nur eine Frage Des Mentals Ja und wie du halt Selber individuell spielst Darf es halt Nicht scheiße sein Steinengel Ich werde jetzt auf jeden Fall Nicht den Stein picken Wenn er nicht swap Dann ballern wir hier Den Akschan rein Würde ich sagen Ganz klar Was meinst du dazu Dass Top am wenigsten Spaß macht Du musst Also wenn du Toplane Gerne spielst Dann musst du Ein bisschen Also Toplane ist halt Die Echteste Individuelle Skillrolle Die es überhaupt gibt Weil du Eine lange Lane hast Mit nur einem Zugang Einem richtigen Zugang Du hast sehr viel Individuelle Klasse Du hast sehr viel Lane Mechanics Die abgefragt werden Und du hast Wave Manipulation Und ähnliches Und das ist die Die ehrlichste 1v1 Lane Die du Die skippt in League of Legends Aktuell Natürlich kommt immer mal Der Jungler oder Midlaner vorbei Aber An sich ist es die Die Rolle Die individuellen Skill Am meisten Rewarded Hm Hm So Wolltest du sagen Dass man mit gutem Makro weiterkommt Als mit guten Mechanics Nein Das ist auch eine Lehre Die viele Leute Ich hatte mal Leute Die haben mir gesagt Ja Also ich schau mir Die LCK Games an Und ich hab jetzt Denen ihre Rotationen Analysiert Und ich übertrag das In mein Game Und ich bin so viel besser Als alle die da spielen Bruder Du machst keine LCK Rotationen In Silber Du gehst in die Fiesta Und wenn du da nicht da bist Und ablieferst Bist du nutzlos Was ist da LCK Du machst Selbst in Challenger Machst du keine Makro Rotationen Und baust keine Slowbus auf Das ist Solo Q Mann Du hast keine Kommunikation Das ist völlig nutzlos So Danke an Huxeng Für den Support Willkommen Willkommen Und danke auch An den Waverlorn Und du spielst gegen Psychopathen Die Olaf Ilau Und Schandl Und Bam Bam Auch drauf Ja das geht Aber du musst halt outblenden Es ist halt so Also Es gibt manche Leute Die steigern sich da so rein Ins Makro Makro ist in Solo Q Nicht so wichtig Es gibt ein bisschen Basic Makro Das einem helfen kann Klar Aber primär Kommt es schon So ein bisschen drauf an Diese Solo Q Skills zu erarbeiten Und da zu sein Wo du sein musst Und zu aramen Und dann auch Mechanisch das gut auszuspielen Aber so eine gewisse Knowledge Ist ja schon wichtig Eine gewisse Solo Q Knowledge Ist sehr wichtig Aber Solo Q Und Competitive Sind komplett andere Spiele Das heißt Dinge die im Competitive Gut sind Sind in Solo Q Völlig irrelevant So Darf ich schlafen gehen Natürlich darfst du schlafen gehen Danke dass du da warst Ich wünsch dir eine gute Nacht Ich bin immer noch Aktuell bin ich sehr sauer auf mich Wenn ich so schlechte Games spiele Wie das gerade eben Und dann bläme ich es wieder Auf den Jungle Anstatt mir selber An die Nase zu packen Ich habe so viel zu lernen Heute war aber So ein guter Tag So ein guter Tag Aber ich habe trotzdem noch Viel zu lernen Muss ich schlafen gehen Hm Es ist schon elf Ne Du solltest eigentlich schlafen gehen Ja Morgen ist ein wichtiger Tag Für dich Hm So Welches Brot Wärst du gerne Welches Brot Was ist das beste Brot Das ist schwierig Was ist das beste Brot Das es gibt Was ist das beste Brot Das ist eine verdammt schwere Frage Ich meine Das Problem ist Wenn du ein Brot bist Dann wirst du immer so schnell gegessen Gibt es irgendein Brot Das niemand isst Und das ewig hält Oder lang hält Ich habe jetzt an Zwieback Oder Knäckebrot Oder so gedacht Aber das wird auch gegessen Oder Du bist ja irgendwas Was nicht gegessen wird Und lange überlebt Aber Was Ich glaube die Frage Die Frage kann ich so nicht beantworten Da müssen wir ein Diagramm aufmalen Hat meine Bachelorarbeit bestanden Und dein Stream Hat mir in der Downphasen geholfen Danke Ey Benno Herzlichen Glückwunsch dir Toi 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 Dir für die zukommt Ich hoffe du findest einen Job Der dich erfüllt Der dir Spaß macht Oder wo der Weg jetzt für dich hingeht Alles alles Gute dir Du hast doch gesagt Indisches Brot ist das Beste Ja aber deswegen willst du ja Kein indisches Brot sein Weißt du Weil wenn du indisches Brot wärst Dann würdest du ja gegessen werden Aber du willst ja nicht gegessen werden Bernd das Brot Oh Bernd das Brot ist ingenious vom Chat Na klar Bernd das Brot Das ist echt die gute Call Ja Bernd das Brot ist am besten Ihr habt recht So smart Okay wir brauchen einen Frontline AP Champion Und Frontline AP Champion Mordekaiser Wir könnten Rumble spielen Wir könnten Gragas spielen Chugat vielleicht Okay das ist Zack Toplan Chugat Oder Mordekaiser Oder Oder gewinnen Was ist mit gewinnen Hm Mein Gragas ist schon sehr sick hier Muss ich sagen Er ist auch sehr sehr sick hier Lass uns Mordekaiser Probieren Ich weiß nicht ob der gut ist hier Aber Ich glaube er ist ziemlich gut hier Dann nehmen wir wahrscheinlich Ghost mit Oder Ghost TP So Ich hole mir ganz kurz ein Wasser Leute Ich bin gleich wieder da Für das Game hier auf jeden Fall Okay Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und mit dem Q konntest du wie Singed flippity floppen Ja und ich glaube der Biss hat dich nicht so geheilt Ja und ich glaube der Biss hat dich nicht so geheilt Ja und ich glaube der Biss hat dich nicht so geheilt Ja und ich glaube der Biss hat dich nicht so geheilt Leider sind wir trotzdem sehr behind Wir verlieren ein super 4 CS Die alte Akali habe ich gelebt Die alte Akali war cool Und auch mit den mehreren Ulti Charges Ja das war nice Was baut man denn aktuell auf Mordor? Ich bin ja eigentlich sehr fucked Ja der hat ja gut noch gespielt Mit dem Ignite und dem Rauskeiten Das war echt nice Und dann den Minion Damage Wo er mich reingezogen hat Das heißt am Ende des Tages Obwohl wir so einen guten Trade haben Hat er jetzt die Länge gewonnen Na? Ist jemand der Jungen up in der Nähe was? Ich wünsche dir... Eternity. Look what they did. Wow. Das muss ich sagen. Wusstet ihr, dass die Bubbles von ihm meine Passive ausmachen? Das muss ich nicht, ja. Das ist sehr rough, muss ich sagen. Also ich bin komplett fucked rum. Ich bin 10 CS gegen 30. Ich hätte einfach mit dem Q warten müssen. Ich hätte jede Bubble einmal hauen müssen. Und dann mit dem Q warten. Ja, unsere Lane ist komplett doomed. Wobei ich glaube, dass das gar nicht so spiel ausmacht, oder? Vielleicht täusche ich mich da, aber vom Gefühl her gewinnen wir das Matchup sowieso später irgendwann. Ich könnte mich natürlich täuschen. So. Der Vigo ist auch geflasht auf mich, weil ich mich nicht verguckt habe. Das ist sehr rough, ja. Ich muss jetzt einfach skillen bis Level 6 und dann mal schauen, was wir machen können. Er hat halt gleich diesen Igenite 2nd Gauge mit Level 6, den er natürlich vor uns hitten wird. Ich muss mich, das ist nicht nur gut. Ist das jetzt rough, eh? Nicht einfach, ich rush Mercs, oder? Holy shit, ist der strong mit Ignite bei den All-Ins. Wenn man so behind ist. Sehr stark von meinem Team auf der anderen Seite. Das, was wir brauchen jetzt. So. Wenn er nicht gedacht hat, dass er dich da einfach töten kann, ich auch nicht. Ehrlich, ich glaube, ich glaube auch nicht. Das ist schon sehr krass. Ich meine, er ist sehr, 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 sehr weit vorne, ne? Aber ich hätte es auch nicht gedacht. Vielleicht, wenn ich ihn da geholt hätte, dann. Okay. Oh ja, ne? 20 Zelt behind. Wieso ist der Lane hier? Müssen wir ordentlich rein skalieren hier. Oh no. Really familiar. Wieder die Honey Fruit genommen. Modokaiser ist kein normaler Hilo-Champion, ne? Ich glaube nicht, dass den irgendwer spielt, oder? Aber der ist ein sehr cooler Champion an sich. Der ist schon ein sehr, sehr cooler Champion. Hm. 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 Guter Wort, du kleine Ghost-A-Sau. Äh. Der macht den Harald hier. Ich denke. Okay. Ja. Scheiße, Mann. Stell dich vor, ich bin nicht 0-3. Ich hätte einen M-Turm gebraucht und nicht gelingen. Ein M-Turm. Leider habe ich keinen M-Turm. Geht. Kein Flash. Kein Ult. Geht. Au. Äh. Ich hätte auch jetzt Liga-Dummt, ne? Top ist echt giga-Dummt, ne? Holy shit, ist der stark. Ich habe leider mal wenig. Der hat mich am Ende komplett durchgezählt, sodass ich mal wenig durchgekriegt habe. Okay. Also ich würde sagen, wir spielen nie wieder Mordekaiser. Wäre jetzt, äh, mein, mein Tipp. Ich würde sagen, wir lassen Mordekaiser mal sein. Das war mein erstes und einziges Game auf dem Jam. Ist das krank, äh? Uiuiui. Das war mein erstes und einziges Game hier auf dem Jam. Der neue Shaco. Mordekaiser ist, Shaco ist relativ solid in Halo, aber Mordekaiser ist halt einfach ein guter Champion und ich kann ihn nicht spielen, weißt du? Shaco kannst du schon gut, äh, aktuell durchbekommen. Mordekaiser ist einfach so ein richtiger Trash-Champion gerade. Ich dachte mir, es wäre mal lustig, den zu spielen. War ein großer Fehler. Das war ein ganz großer Fehler, oder? Das kann er nicht gewinnen. Der hat doch kein Ult, oder? Ich glaube, der ist der größte Indivisual-Skill. Ja, also, ich meine, will ich dir nicht zustimmen, dass der Sek einfach sehr viel besser gespielt hat, als ich? Klar, also der hat mit seinem individuellen Skill hat der einen Lead bekommen, den du auf keine anderen Lehen einfach so kriegen könntest. Ja. WHAAAAT? WHAAAAT? The fuck? Ich die 05. Oh, Leute. Warum greifst du nicht die Slimes an, die nicht unter dem Turret sind? Weil die Minions mich gekillt hätten und weil Bami's Cinderprog auf mich wirkt, währenddessen. Das heißt, ich muss aufpassen, weil ich sonst sterbe. Und ich bin trotzdem gestorben, weißt du? Das ist jetzt das zweite Mal, dass der mich mit seiner passiven, mit einem Blob outplayt. Ob das geplant ist? Ich meine, das ist ein Sack OTP. Vielleicht weiß er, was er macht. Was meint der Talon? Ich glaube, der meint damit, dass sein Team aus Pädophilen besteht. Ich meine, der heißt L9 Ivern. Ich glaube, wo L9 Ivern draufsteht, ist wahrscheinlich auch L9 Ivern drin. Tada! Ich kann mich nicht bewegen. Ich bin einfach tot. Ich kann mich straight up nicht bewegen gegen den... Please! Das war sehr wichtig fürs Gefühl. Wie oft probieren wir das noch? Wie oft ich probiere, in EP-Ranges zu bleiben und Farmen zu bekommen? Wahrscheinlich für den Rest des Games. So funktioniert League, weißt du? Du brauchst Ressourcen. Das war ein sehr, sehr wichtiger Solo-Kill fürs Gefühl. Mein Game sieht trotzdem sehr rough aus. Muss man einfach sagen. Sieht schon sehr rough aus. Wir müssen hoffen, dass die Hikari-Yumi-Kombination und halt Wonweneinen kann. Die zwei zusammen ist vielleicht die einzige realistische Chance, die wir haben. Wow. Okay. Richtig. Richtig. Der Sekt trollt doch. Zum Glück trollt der ein bisschen. Ansonsten... Ansonsten... Aber leider ist unser Tarn ist durch AFK jetzt. Ah, läuft wieder. Okay, nice, 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 nice. Oh, der Mordekaiser, der kommt über das Late Game hier. Gutes Gefühl. Bringt da Anti-Heal was? Wenn ich nicht so behind wäre, bestimmt. Ich glaube, ich muss aber jetzt einfach in den sauren Apfel beißen und halt schauen, dass ich langsam zu ein bisschen Tanki-Items komme, damit ich dieben halten kann. Würde ich tippen. Ich meine, ich habe jetzt einfach Scheiße gebaut in dem Game, weißt du? Muss man, muss man sagen. Ja, nicht gut. Aber trotzdem... Also wir sind noch okay dabei, würde ich behaupten. Ich würde sagen, diese Anatmas Chain, nur für die 1v1-Situation, ist auch sehr stark, kann das sein. Ja. Wie viele DM hat das schon negiert? 4000 4.000, leider ist unser ganzes Team auch sehr tiltet. Ich befürchte leider, Leute, das ist das Ende unseres Erdenfeuers mit Mordekaiser. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, ihn einmal zu sehen. Aber ich muss sagen, das reicht mir jetzt auch, die eine Erfahrung mit Mordekaiser. Holy shit, du bist ein Trash-Champion. Du bist ein Trash-Champion. Oh? Mhm. Also, wenn ich jetzt nicht reicht, ne? Reicht nicht. Er ist Immortal in der Passivierung, oder was? Die Passive macht ihn Immortal, oder was? What the fuck is that? GG well played, äh? Ich fühle mich wesentlich ganz so schlecht, weil unser gesamtes Team geintet hat Aber heilige Scheiße war der Mordekaiser ein Schuss in den Ofen Und Leute, deswegen gibt es eine klare Meta und deswegen solltet ihr niemals Mordekaiser spielen in Hoa Elo Außer ihr OTP die Scheiße aus ihm raus dann könnt ihr ihn spielen Weil es gibt einen guten Grund warum niemand diesen Champion spielt Und ihr habt ihn gerade gesehen Most Damage in the Game Yay So Kannst du mal Prior spielen? Nur im Jungle können wir die spielen Wir können Jungle Second queuen, aber die wird wahrscheinlich fast jedes Game gebannt werden, weil die so broken ist So Mordekaiser hat in High Elo eine Win-Ratio von 44% Der viert schlechteste Top-Later im ganzen Game 44% Ist das krank, ey Selbst den Bronze hat er gerade so 50% Ne? Danke an Hatte Einen Wundervollen wünsche ich Willkommen 250 Games sind natürlich sehr signifikant Naja gut, das sind halt alle Master-Plus-Games Weißt du? Das heißt, er wird fast nicht gespielt Und wenn er gespielt wird, ist er schlecht Weißt du? Das ist eine schlechte Kombo Wer ist der Schlechteste? Das hätte man eigentlich gucken können. Was sind aktuell die schlechtesten statistischen Champions auf ihren Lanes? Lasst es uns gemeinsam rausfinden in Master Plus. Eigentlich wollte ich heute Mattmann machen, das habe ich jetzt ganz vergessen. Da. Also der schlechteste Pick aktuell ist Zylos Jungle mit einer stabilen Win-Ration von 42%. Boah, Kragas Jungle ist der viertschlechteste Champ? Crazy, ne? Let's schauen mal. Topland. Der schlechteste Toplander ist Priya, aber wie gesagt, das ist noch nicht aussagekräftig. Und ihr seht, die Ben-Rate von ihr geht gerade massiv hoch auch. Yorick zum Beispiel, Mordekaiser hier schon auf der vier, Volibear, Kragas, Nasus, Jace. Also sehr viele so Tanks. Eigentlich alle Tanks sind schlecht, so wie es aussieht. Gangplank ist auch schon relativ terrible dann hier unten. Timo ist bad. Was sind gute Toplaner? Kassio, Stinged, Zed, Vein, Irelion, Poppy, Trindermeer. Das sind die guten. Wie sieht's Mitte aus? Schlechtester Midlaner? Renekton, Rice. Ach, krass. Viktor. Sechs schlechtester Midlaner aktuell. Ist einfach Viktor. Alter, meine ganzen Champions. Xerath ist der zehntschlechteste Midlaner. Viktor ist der sechtschlechteste Midlaner. Und Kragas ist der fünfschlechteste. Kein Wunder, dass mein Championpool sich so rough anfühlt. What the fuck is that? Hat überhaupt irgendeiner meiner Champions über 50% Winrate? ist das krass. Kassio hat eine sehr, sehr hohe Winrate mit extrem, also, actually, Kassio sieht sehr, sehr strong aus. Und Ori auch. Ja. Das hab ich heute auch rausgefunden. Ori wirkt sehr broken. Ori wirkt wirklich sehr broken. Abi auch. Ich glaub, wir werden uns sehr auf Ori fokussieren, ehrlicherweise. Ich hab mir einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht in den Games. Du bist der, der die so runterzieht. Hey, ich zieh die überhaupt nicht runter. Ich climb doch genützlich vor mich hin. Das Spiel bei Ori macht sehr Bock zuzuschauen. Wir wollen jetzt erst mal hier einen schönen, knackigen Win brauchen wir jetzt hier, Leute. Ich brauch jetzt mal wieder so eine richtige Performance. Und ich hab gerade auf der Liste gesehen, dass Rise aktuell sehr stark ist. Imopick gegen Aatrox. Okay, was brauchen wir jetzt hier? AP oder AD? Beides fein, oder? Ein bisschen Frontline wäre wahrscheinlich nicht schlecht. Hm. Scheiße, aber was ist gut gegen Wladimir? Ist Irelia gut gegen Wladimir? Also Irelia mit Witzend, Blade Witzend wäre hier sehr nice. Glaub ich. Ich glaub, Irelia wäre hier sehr, sehr nice. Glauben wir genug Magic Damage mit Irelia? Ja, ne? Irelia ist nice, ja. Nehmen wir mal die Mythmaker Irelia hier. Alles unscaling, was wir können, jawohl. Und dann, wir rushen auf jeden Fall Mercs, ja. Wir brauchen zwei, das heißt, wir können da Tenacity zu den Mercs mitnehmen, damit wir Cap erreichen. Hast du mal ein Trading Card Game gespielt? Ich hab Magic gespielt früher, ja. Magic hab ich früher gespielt. Okay, jetzt brauchen wir ich brauch jetzt endlich mal wieder eine Performance, ja. Let's fucking go. Ist Rice so bad? Ich mein, Rice ist, glaub ich, nicht so schlimm, aber er ist statistisch einer der schlechtesten Champs in-game, ja. Wieso zur Hölle soll Irelia gut sein gegen Wladimir? Ich glaub, die Idee dahinter ist, dass du sehr viel Damage hast, auch, also du hast sehr hohe DPS, aber du bist auch sehr tanky und kannst sehr viel sustainen. Das heißt, du, du kannst praktisch einfach in Auto attacken und outtraden für die größte Zeit des Games. Mir war heute der Climb von Norway 6 zu 2. Plus 4 haben wir heute gespielt. Plus 100 LP gemacht. Insane abtag bis jetzt, heute. Plus auf dem Smurf haben wir jetzt ein paar sehr schlechte Games gehabt, muss ich sagen. Auf dem Smurf haben wir sehr, sehr schlechte Games gehabt. Man ist aus einer Firi geworden, du hattest auch Interesse an ihr und wolltest sie lernen eventuell. Ist überhaupt nicht mein Champion Pool, ist halt eine Assassine. Macht keinen Sinn für mich, weißt du? Ich glaube, aktuell macht es sehr viel Sinn, Uri zu lernen, vielleicht Sinn drauf für mich. Aber es macht halt null Sinn für mich, einen Champion zu lernen, der nicht zu meinem Champion Pool passt. Einfach nur gewastete Zeit. Wird man dich beim Boxevent von Trimax antreffen können? Wahrscheinlich nicht, ne? Also ich glaube, mit Trimax nicht viel zu tun, weißt du? Schauen wir mal, wir brauchen jetzt ein Banger Irelia Game, ja. Nice. Struid-Hit genommen und Import-Hit. Den schon verloren, Level 1, exzellent gelöst. We don't know, ihr redet ja mal wieder her. Gar nicht schlecht gelöst, ja. Da haben wir den Reset nicht bekommen. Sehr gut. Die Games, die letzten paar Games hätte ich mir echt noch sparen können, so sehr wie ich geintert habe. Is that what it is? Das hätte man sich echt sparen können. Komplette Katastrophenspiele, ja. Was für eine Performance, ey? Das gibt's doch nicht, oder? Also sag mal, Leute, das kann doch nicht sein. Wie hab ich denn da nochmal nen Turret-Hit gekriegt? Ich stand doch da. Na, also jetzt, da will ich nen Replay haben. Da will ich legit nen Replay haben. Wie, in welcher Welt war das nen Turret-Hit? In welcher Welt war das nen Turret-Hit? Das war ja komplett Bullshit. Und unser ganzes Team ist auch noch tot. Oh mein Gott, Leute. da will ich nen Replay von haben. Das war niemals in Turret-Range. Wir sind fein, wir sind fein, gar kein Problem. The Darkseal start, Vladimir, ich sterbe Level 1. Leute, also manchmal frage ich mich, also, diese Konstanz. Ich hab aktuell einfach keine Konstanz. Ich hab so gute Games, aber, und dann hab ich so schlechte Games plötzlich. Ich krieg's einfach nicht hin, über nen ganzen Stream konstant gut zu spielen. ist jedes Mal dasselbe, ähm. Hm. Ich bin noch nie. Ich bin noch nie. Let's go. Hm. Alleine Spion. Was? Alleine Spion zu viel? Hier wird schon Vamp Scepter, das ist wirklich nice. Man sieht immer noch feiner aus von Weapon. Topland ist okay, Jungle ist okay, Hotland ist ein bisschen ein Desaster, leider. Ich meine, wir sind immer noch okay dabei, das ist schade, dass ich jetzt den Kennen verloren habe und dass ich ihm den Lane Freeze gegeben habe, ja. Hm. Okay. Ich weiß nicht, ob ich da irgendeinen Counterplayer gehabt hätte. Ich habe mir überlegt, die Ult zu werfen, aber ich glaube, die ist immer wasted, oder? Zu dem Zeitpunkt. Weil die haben noch Pool und Repell. Vielleicht hätte ich laufen können, wenn ich die Ult werfe, aber die slowt halt in die andere Richtung. Hm. Ja, das ist jetzt natürlich sehr schlecht, also gegen Vladimir Behind zu fallen ist allgemein sehr bitter. Das ist allgemein sehr, sehr, sehr bitter, Herr. Okay. Okay. Jetzt können wir eigentlich gar nichts mehr machen, oder? Zu dem Zeitpunkt. Wir müssen jetzt einfach scalen und dann über Sideline spielen. Vielleicht einen random Sideline-Player oder so finden. Hm? Single Okay, Flash Leader. Du-du-du-du-du-du-du. Wir müssen jetzt zur Blade rushen hier, wenn es geht. Geht kein Flash, die können sie einfach killen jetzt, ne? Oh, nice. Nice, okay, huge. Wir sind immer noch even CS, ja. Wir können vielleicht den Ocean Drake bekommen. Top ist immer noch fein. Würde ich die eh immer parallel zur Lane werfen? Also, der hat die doch einfach gepoolt. Da kann er nichts machen. Oh, schade. Misty Lane, das ist rough. Tja, die Frage, die ich mir stille ist, kann ich überhaupt noch farmen jetzt, wenn ich so behind bin. Ich habe das Gefühl, wenn ich rein dash, killt der mich nicht einfach, Fuffel. Elise könnte auch wieder da sein. Ich glaube, wir müssen jetzt irgendein spekulatives Playoff der Sideland probieren. Ich glaube nicht, dass wir noch lehnen können. Eine Chance, die ich sehe, ist zum Beispiel hinter die Bootland zu porten gleich. Aber das geht natürlich erst bei der 10. Minute. Das sieht aber ganz gut aus hier. Die auch noch schnappen. Ey, wir kommen zurück auf Port. Let's go. Huge. Sehr, 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 sehr huge. Das ist wunderbar jetzt, würde ich sagen. Wir werden auch immer auf Sideland stark sein mit unserer Irelia. Also, die Midlane-Situation ist halt sehr, sehr düster. Dadurch, dass sie halt permanent fließen kann. Einfach, weil ich so viel Mistplay habe. Oh mein Gott, aber ich höre auch nicht auf zu Mistplayen. Ich meine, der erste Tod war ein Mistplay, aber jetzt wurde ich halt dreimal in Folge von der Elise gekillt. Das ist schon, das sagt es schon. Ich habe mich jetzt einfach dreimal in Folge gekillt, die Elise. Äh, äh. Äh. Auf jeden Fall sehr spielbar hier, die Länen. Nee, zwei so bade Games von mir. Okay, wir müssen, nächstes Game muss ich mal ein Champion spielen, den ich spielen kann, äh. Beide können untargetable, das ist schon hart. Äh, also jetzt bin ich, also jetzt ist er wirklich... Ich meine, der erste Fehler, klar, Riesenfehler darf niemals passieren auf der Lane. Aber jetzt nach den vier Kills von der Elise, jetzt ist es wirklich schwer. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch machen soll auf der Lane. Ist aber auch schlau, den Vlad so ahead zu bringen. Auf jeden Fall, ja, ja, klar. Das ist eine völlig legitime Strategie, was die machen. Ich meine, zu dem Zeitpunkt, wir können halt... Ich kann halt, glaube ich, nicht mehr lanen jetzt, ne? Ich bin so weit behind. Ich weiß nicht mal mehr, ob ich noch farmen darf zu dem Zeitpunkt. Wäre jetzt schon Cosmic Drive auch. So, was denn raus jetzt? Machst du gerade nur Boss-Taktik? Nee, bei der Boss-Taktik, da musst du... Du müsstest 80 Cs ahead sein und nicht 80 Cs behind. Aber unser Botlane gewinnt sehr, sehr hart jetzt. Also, es ist schon winnable. Der wird halt bloß wieder gleich wieder Full Life sein. Und die Elise könnte nicht auch diven kommen, ja. Ja. Oh, ja. Das, was wir sehen wollen, da hat er gegreedet, na, für den Kill, das ist huge. Das ist jetzt natürlich huge. Kann wahrscheinlich nicht pushen, weil die Elise über mir ist, ja. Wir haben jetzt unser Blade, wenn ich eine Platte gekriegt hätte, man, ey, eine Platte, nicht viel, ich hätte nicht viel gebraucht, aber eine Platte hätte ich gebraucht. Ich weiß es tatsächlich gar nicht zurzeit, ich glaube über 50% natürlich. Wieso geht der so für die 04 Irelia, als Dominanz ist das, pure Dominanz. So, wir können mal die Famous Movie Themes anwerfen. Hm? Auf kleiner Teemo! Ich kann ja moven, der wird das... Das war schon gelaufen, oder? Ich bin jetzt anscheinend weiter hin fucking useless! Ich hab grad geäberfrostet... Warte mal kurz, was du merkst, oder? Peace! Wichtig für das Gefühl... Ein Kill... Wenn ich da Ulti hab, würde ich vielleicht sogar spielen können, ne? Komm ruhig! Ich versuche echt zu gewinnen, Leute! Ich weiß, es sieht nicht gut aus, aber ich spanne alles an! Das ärgert mich so sehr, wie schlecht ich das gespielt hab schon wieder! Das ist jetzt mein drittes schlechtes Game in Folge! Das kann doch nicht sein! Wir arbeiten uns da irgendwie noch ran an das Spiel her! Das Mordekaiser-Game und jetzt das Irelia-Game und davor das... Ich hab jetzt drei Games in Folge komplett gegrieft, ey! Und nicht mal absichtlich! Auf Anti-Heal... Das Problem ist, dass es auf Irelia gibt es kein gutes Anti-Heal-Item, außer das Adi-Item! Und das will ich aber noch nicht kaufen, sondern erst später! Wenn überhaupt! Ich meine, da müssen wir sehr fett für sein, dass wir das kaufen! Ja, das kann hier oben sein! Okay... Ne, 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 ne. Sie sind wahrscheinlich tot. Den wusste, dass er kommt. Eine Hoffnung... die Hoffnung ist tot. Was? Wo ist es den bekommen? Ich muss irgendwie stark genug sein, dass ich gegen den Artux-Monitor gewinne. Weil der ist halt gigafett, ne? Hm. Wieso scheiße? Nur, wer wird Irelia immer so rein? Tatsächlich ist das gar nicht mal mehr richtig. Also, wir können gleich mal gucken. Ich glaube, wenn ich jetzt nicht ganz falsch denke, ist meine Windmatch auf Irelia ist legit nicht so bad mittlerweile. Also, zumindest nicht mehr 17% bad. Ich bin eigentlich sehr viel konfidenter in meine Irelia geworden. Die hat so gegrieft mit der Ulti da, leider. Wenn sie nicht geultet hätte, hätten wir ihn gehabt. Oh. Oh mein. God, bro. Dexel mini-beschweren. Tatsächlich, wenn sie nicht geultet hätte, wäre er so gewesen. Der hat jetzt halt wieder Ult. Also, jetzt können sie ihn geultet. Ich würde ihn wieder sinken können. Ach hier. Äh, äh. Wieso kein Wort in den Busch? Hätte ich machen sollen, hätte aber nichts geändert. Ich kann da nicht mehr fighten, weißt du? Gegen den. Äh, äh. Äh. Okay. 1, 10, Performance. Mal den Surrender an. Also jetzt habe ich wirklich ein paar echt sehr miese Games gespielt, muss ich schon sagen. Ich habe echt ein paar sehr, sehr miese Games gespielt. Actually habe ich bis jetzt 100% WinRatio auf Irelia in drei Games. Das ist mein viertes Game und das ist ein kompletter Ender. Ich habe ich aktuell 100% WinRatio auf Irelia. Wolltest du gerade verfäten? Ja, ich meine, das Game macht für mich natürlich nicht besonders viel Spaß. Ich werde einfach komplett gehopst hier die ganze Zeit. Das macht nicht so Laune, du. Ich habe jetzt drei Games in Folge echt sehr mies gespielt. Muss ich einfach zugeben. So können wir auf jeden Fall nicht aufhören. Ich brauche jetzt noch ein paar gute Performances. Das heißt, wir lassen jetzt mal die Spaß-Picks sein und spielen wir mal richtige Champions. Aufhören, lustige Picks zu nehmen. Tryhard-Picks sind gefragt. Z.B. Timo. Timo ist terrible. Aktuell. Timo ist ein sehr, sehr schlechter Champ. Okay. Nach oben. Okay. Du könntest für das Game automatisch einen Band kriegen. Mit den Stats noch lange nicht. Das ist ja kein Infid. Also, ich sage zu sowas Infid, aber das ist ja ein ganz normales, schlechtes Game auf einem Champion, der halt... Weißt du, wenn du Melee-Champions spielst, wie Yasuo oder Irelia, dann, wenn du ein schlechtes Game hast, dann hast du ein richtig schlechtes Game. Weil du kannst einfach nicht mehr mitspielen, sobald du Behind fällst auf diesen Champion-Designs. Deswegen gibt es ja dieses Meme vom Zehntode-Power-Spike-Yasuo. Weil du einfach... Die einzige Methode, wie du zurückkommst, ist, indem du aggressiv spielst. Das heißt, z.B. in dem Game, ich kann natürlich nicht dafür gebannt werden jetzt, aber es ist natürlich trotzdem ein sehr schlechtes Game. So. Du brauchst... Also, damit du einen automatischen Ben bekommst, darfst du nicht Last-Hitten und du brauchst irgendwie 15 oder so, Bruder. 15 oder 20 oder so und du darfst auch keine Assists und so haben. Warte. Ich will das noch halten. Ich meine, die respawnen jetzt alle. Ich hab fast Wits-End. Warte, fast. Da ist der Elfte-Tot. GG Wellblade. Oh mein Gott. Warum hab ich den Stream nochmal angebaut? Wir haben heute jedes Game gedummt, was wir haben. Und jetzt hab ich drei Games in Folge, die absoluten Griefer-Performances. Ich bin jetzt gerade... Ich glaub, ich bin 4-11, 4-9, 1-11 gegangen oder so. Und ich hab... Ich versuch, alles anzuspannen, aber ich bin so useless. Ist das furchtbar, ey. Oh Gott. Ach, ist das schlimm, ey. Konnte der Win-Challenge auch wieder Apex vor? Ich glaub, Apex gab's bis jetzt noch nie bei der Win-Challenge. Ich glaub nicht, dass ich das gerne machen würde. Das Game sieht shit aus. M-m-m. So, da hilft jetzt nur der Victor. Wie gesagt, Victor ist... Also, wenn wir ein Control-Bage spielen, dann lieber Ori. Victor ist echt Dorkshit aktuell. Victor ist... Also, auch Victor, wir sollten nicht mehr Victor spielen. Ich weiß, da klingt jetzt... Okay, ich zeig euch das jetzt mal, ne? Aber Victor ist legit... Der Champion ist auch nicht gut. Wenn ihr euch den anschaut. Victor ist aktuell... Der ist halt... Also, du kannst, glaub ich, kaum einen schlechteren Champion als Victor spielen in der Mitte. Das ist einfach... Der ist Ori in Turbo-Bad. So. Hättet ihr das Game gerade gewonnen? Ja. Ja, hab ich gerade gewonnen. Mann, das... Ich hab heute so'n guten Tag gehabt. Ich hab das vorhin noch gesagt, ey, ne? Boah, heute gewinnen wir alles. N-O gewinnt, ich gewinn jedes Game. Wir haben komplett geturbo-swerft vorhin. Und dann mach ich den Stream wieder an, starte mit der 4-11-Performance-Reihe. Ach, du Scheiße, Mann. Okay, alles gut. Das nächste Game wird klasse. Nächste Game wird klasse. Xerad ist doch OP. Ne, Xerad ist auch Dorkshit mittlerweile. Also, wenn du dir meinen Champion Pool anschaust... Ich zeige... Kann ich dir gerne mal zeigen. Also, wenn du jetzt High-Elo-Champion anguckst, ne? So, und dann guck... Wir müssen unser... Ich muss meinen Champion Pool, glaube ich, ein bisschen adaptieren, hab ich das Gefühl. Wenn du auch die niedrigsten Win-Rage-Schuss gehst, dann hast du Gragas auf der 5, Viktor auf der 6, Jace auf der 8, Xerad auf der 10, Irelia ist auch noch hier, ne? Zusätzlich. Also, so, hier, Xerad, Viktor, Gragas, drei meiner Most Played sind richtig schön in der Top-Minus-10 sind die mit dabei. Alle im kompletten Trashed hier. Oh, Mann, ey. Aber Sindra und Cassio sind doch momentan stark und die kannst du auch, oder? Ori, Cassio sind sehr stark aktuell. Sindra ist auch gut, ja. Ich brauch jetzt einfach ein gutes Game, ey. Schaust du bei Worlds oder EO West? Das war EO West einfach. Das macht mehr Sinn halt auf den eigenen Server, weil jeder Server hat ein bisschen einen unterschiedlichen Spielstil, weißt du? Ist das die Musik von Peter Pan? Das ist die Musik von Peter Pan, ja. The Flight to Neverland. Leute, jetzt geht mir mit euren Trollpicks weg. Ich spiele jetzt echte Champions. Ich habe jetzt genug für euch getrollt. Ich spiele jetzt echte Champs. Ihr geht jetzt alle weg. Der Fix. Hört mir auf, eure komischen Champions die ganze Zeit reinzuschreiben. Seht ihr nicht, dass ich am Boden bin? Not gonna play seriously seeing Timo top. Perfect. Absolute perfect. Perfect. Warum willst du eigentlich immer Akali, wenn sie doch so eine schlechte Winrate in der Mitte hat? Ja, tatsächlich ist Winrate als Indikator immer nicht besonders aussagekräftig eigentlich. Das gibt dir nur ein grobes Bild. Akali ist aktuell sehr broken auf ein paar wenigen Top-Level-Spielern und das ist gegen eine gute Akali zu spielen, macht einfach keinen Spaß. Deswegen banne ich die. Das ist der einzige Grund. Okay, da ist der Graves. So, also, was könnte hier gut sein? Ich glaube, ich gehe jetzt einfach Ori spielen. Aber wir bräuchten halt irgendeinen Melee, ansonsten haben wir keinen Balltransport. Dann müssen wir vielleicht doch was anders spielen. Wie wäre es mit Zed? Wir haben Timo top, wir haben Lulu Ceri, die machen Magic Damage genug. Ich glaube, Zed ist gut hier, ja. Corki ist so schlecht, dass er in der Win-Ride-Liste nirgendwo aufgelistet ist. Nee, das bedeutet, dass Corki so wenig gespielt wird, dass er nicht genug Games hat, um in der Liste vorzukommen. Das bedeutet das bei Corki. Corki, der hatte eine Zeit im Licht, aber mittlerweile spielt den halt keiner mehr. Corki, die Gena haben entweder Karma-Mitte oder Jace-Mitte. Beide Match-Ups sind für uns okay, würde ich sagen. Zed wurde, glaube ich, noch nicht genervt, oder? Wurde Zed genervt? Oder ist Zed ungenervt? Warum lässt Riot so Champs so lange schlecht? Das hat damit zu tun, dass Patches sind nicht nur für High-Alo oder Low, also du musst halt, League of Legends ist ein extrem komplexes Game. Du hast Spieler, die spielen casual, die spielen mal ein, zwei Games, so just for fun, worauf sie Lust haben. Weißt du, die meisten Leute sind so. Und für die müssen alle Champions-Balanced sein, aber auf der anderen Seite müssen sie auch für den Hardcore-Nerd, der sein gesamtes Leben dem Spiel widmet, Balanced sein und sie müssen im Pro-Play im besten Fall Balanced sein. Und diese Gratwanderung ist unfassbar schwer, dass praktisch auf allen Elos, auf allen Levels praktisch alles fair ist. Und deswegen gibt's Champions wie zum Beispiel Aurelion Sol. Wann hast du das letzte Mal bei mir im Stream dann Aurelion Sol gesehen? Keiner spielt den, aber die können ihn nicht buffen, weil er in Low-Elo 53% Winrate hat oder 54% Winrate. So, das ist einfach und genauso gibt's Champions, die nur in High-Elo gut sind. Sowas wie Akali zum Beispiel oder Azeer. Weißt du? War das nicht gestern? Ja, gestern hab ich ihn einmal gespielt. Ja. Richtig. Zeit für ein bisschen den Chill-Lofi-Mix aus meinem Discord. Was kann der? Das ist ja... Da seh' ich doch ne Cassio. Warum siehst du ne Cassio gegen zwei Champions, die extrem gut gegen Cassio sind, mit zwei Magic-Damage-Dealern im Team? What the fuck is that? Ich seh' hier absolut keine Cassio. Okay, was ich hier sehe, ist ein Akshan. Ich seh' hier einen Akshan. Die müssen einen AD-Mitlaner spielen. Das heißt, mal schauen, was da jetzt kommt. Aber die müssen auf jeden Fall AD-Mitte spielen. Okay. Also wahrscheinlich sowas wie Irelia oder Yasuo oder Ion oder so müsste da jetzt kommen. Ey, Biabru, viele lieben Dank dir für den Support. Fühl mich sehr über Orianna, Freund. Ihr müsst aktuell extrem aufpassen, dass eure Team-Coms nicht zu Magic-Damage-lastig sind. Der Grund dafür ist, dass Magic-Damage also hat extrem viel Counterplay und hat sehr schlechte Penetrationsmöglichkeiten. Dementsprechend wollt ihr nie mehr als zwei Magic-Damage- Quellen haben. Im besten Fall, also wenn es ein dicker Damage-Dealer ist, wollt ihr nur eine AP-Quelle haben. Ihr könnt tatsächlich Full-AD sein und das ist nicht so schlimm, aber ihr könnt nicht Full-AP sein. Full-AP ist das aller, aller schlimmste, was ihr machen könnt. Ich hätte den Piraten gesehen. Der Pirat-Blind-Pick ist sehr, 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 sehr gefährlich halt. Wenn ich gewusst hätte, dass es Kiana ist, wäre Pirat sehr gut gewesen, aber ja. Findest du Soraka Nila auch so broken? Nö. Können deine Gegner im Air bauen? Null Tanks, Bruiser, das ist egal, ob das Tanks oder Bruiser sind. Da geht es um Benjis, da geht es um Mercs, da geht es um Hextrinker, also und Maw, das reicht schon, weißt du? Du hast sehr viele Magic-Resistance-Optionen. Das bedeutet nicht, dass die ein vollwertiges Tank-Item bauen müssen, sondern diese ganzen kleinen Items, die sind das Problem. Okay, Leute, ich brauche jetzt wirklich ein Redemption-Angle nach den letzten Games. Please, lasst es den Redemption-Angle sein, hier. Please. Ich habe den ganzen Abend geintet. Ich bin so salzig. God fucking damn it. I've got something for you. It's come up, it's. Minions have spawned. Let's go, Leute. Gibt es noch Crit-Plan? Crit-Plan ist immer noch sehr, sehr gut, wenn du die Zeit in die Nevesti hast, ja. Akshan fühlt sich sehr OP an. Ich glaube, Akshan ist statistisch gesehen auch einer der besten Midlaner aktuell. Der ist sehr, sehr gut, wenn du ihn kannst. Der ist ein bisschen einzigartig zu spielen, ne? Offensichtlich. Es gab eine Zeit, da war ich echt ein guter Akshan. Ich bin sehr gefühlt in Chimp. Leider. Leider habe ich dann irgendwann... Warum habe ich eigentlich aufgehört, Akshan zu spielen? Das ist ja eine gute Frage, oder? Warum habe ich denn aufgehört, Akshan zu spielen? Ich hatte so krasse Erfolge auf dem. In Korea. Der war der Grund, warum ich Challenger in Korea erreicht habe zum ersten Mal. So. So. Was? War nicht teilweise tot, genau. Weiß ich nicht. Irgendwann habe ich einfach aufgehört. Vielleicht habe ich mich zu sehr überspielt in Korea. Wollte dann einfach nicht mehr. Das gibt es dann, sag ich mal. mal. Ja, so clean allein, was jetzt? Wir wissen, dass der Piddle von unten kommt. Na, kommt. und dann ist das eigentlich sehr, sehr clean allein. Verpasse ich drei Lasts hintereinander. Ist nicht so clean, nicht so clean. Das hat sich die Päne, ich spür die Gnade. Redemption Arc Du hast mitgekriegt, dass ich Akshan nicht so spannend finde und deswegen mit ihm auch gehört Akshan findet ihr nicht so spannend? Ist das nicht ein saugeiler Champ zum Zugucken? Im Vergleich zu meiner Control Mage Flöte normalerweise Wow, der ist so cool, ich habe so viel Druck auf der Lane Ich habe halt das Gefühl, also an sich sollte doch Akshan einfach Tristana in schlecht sein aber statistisch gesehen ist Akshan wohl viel besser als Tristana Hätte ich wahrscheinlich basen sollen für einen Unquiver ein bisschen Tempo verschleppt da, ne? ein ally hat been slain ein enemy hat been slain ein enemy hat been slain ok ok ich finde er mich nicht hier Sollte sterben sie stirbt ist sehr, sehr wohl ich bin nicht mehr auf freuen wir, wenn ich einen Assist kriege noch kein Assist, aber das ist okay trotzdem sehr greedy natürlich wieder so viel zur Redemption, ne? einfach komplett in ihre Vision Recall gegangen ich weiß dahinter und danach war ich auch zu greedy einfach direkt zu flashen, ne? so aber es war sehr, sehr gut wir sind auch doppelte CS also an sich ist die Lane sehr stark trotzdem ist ja bloß schade, dass ich dann nicht da sauber geblieben bin eigentlich sind wir halt so weiter das heißt, so ein dummer Tod muss nicht sein ist eigentlich der Bild immer noch derselbe mit Akschan dem man geht? ist es immer noch dieser dieser Krakenslayer-Bild? oder hat sich da was verändert mittlerweile? äh so so der Kannst mal bis Wir spielen so lange heute, bis ich ein gutes Game gespielt habe. Das kann doch nicht wahr sein. Ich meine, das Game werden wir höchstwahrscheinlich gewinnen. 24 Stunden Stream. Und wenn es mich 24 Stunden kostet. Ja. Also, das kann ich nie auf mir sitzen lassen. Wir hatten heute so einen guten Tag. Was ist das denn? Okay. Jetzt komm, du landest in Diamond. Na, na, das gewinnen wir ja schon. Okay, Instant 3 Mittel, Fiddle Ult, Fragpanse, Julio, Julio. Und zum ersten Mal kommt meine Rail vorbei. Na, klasse. Zurück. 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 da ist noch eine wave bräuchte ich für mein item das heißt wir nehmen uns die noch dann springen wir raus back to base ok das sieht gut aus wir haben erstmal was sie leider tut wegen greedy backcall ja auf jeden fall ja das ist besonders schade weil ich halt die lane ich war halt irgendwie mehr als doppelte cs von ihr ne ich war halt unendlich weit vorne deswegen ist das besonders bitter dass ich es nicht sauber gespielt habe da das ist nicht fair die ist das zweite mal da wie wenn was meinst du sie noch die die sind doch die ganze zeit mitte die gegner die schweinchen wir sind so weit vorne ich werde wir spielen jetzt bis zu einem guten game aber die frage ist wie bewerten wir ein gutes game das ist die große frage mit welchem maßstab gehen wir daran und was wenn jetzt dieses game noch gut wird und ich am ende godlike bin oder so ich kann einfach schlafen so look heavy gibt es nicht in league of legends Nicht auf der Lane inten. Was heißt denn nicht auf der Lane inten? Das ist jetzt zum Beispiel... Weißt du, in dem Game würdest du sagen, ich habe geintet, wenn ich 100 zu 50 CS spiele und gegen drei Leute lane, während mein Team vor 3 Ressourcen hat auf der Map? Ich glaube, das wäre sehr dumm zu sagen, dass ich hier geintet habe. War das optimal, das Game? Nein. Hatte ich hier einen extrem positiven Einfluss auf das Game? Auf jeden Fall. So. Okay, jetzt gehen wir als nächstes. Blade oder Rage Blade oder Witzend, ja. Welche Boots will ich hier haben? Wahrscheinlich schon Mercs, ne? Hm, Mercs to Blade? Die haben halt keine Tanks. Vielleicht ist Witzend besser, ne? Warum sagst du dann, dass du nicht gut spielst? Na, weil ich Perfektionist bin. Du kannst immer besser spielen, weißt du? Das ist das Schöne an League of Legends. Du kannst immer besser spielen. Du kannst das... In League of Legends kannst du nie perfekt spielen. Deswegen ist das Spiel ja so attraktiv. Es gibt kein perfektes Game in League. Zum Beispiel in dem Game. Wir haben sehr viel, haben wir extrem richtig gemacht hier in der Runde. Aber trotzdem habe ich halt zwei dumme Tode mitgenommen jetzt. Und das ist natürlich nicht gut. Das wollen wir nicht haben. Hier hätten wir uns klemmen müssen. Da wäre es zu schnell. Ich glaube, wenn ich den ulte, dann kommen wir noch bis zum Töd. Schade. Das ist bestimmt auch irgendein Play, aber ich wüsste nicht, wo ich hin soll mit dem Rakan hinter mir. Ich dachte, vielleicht kann ich vorbeischwingen und dann nach vorne flaschen. Hat aber leider nicht geklappt. Vielleicht ist es auch witzend zuerst richtig. Lass uns erst dafür gehen. Das läuft sehr, sehr gut. Wir sind extrem stark. Was wäre es mit Gutes Spiele? Kein dummer Tod? Aber einen dummen Tod hast du immer mal in dem Game. Sonst darfst du ja gar nicht richtig spielen, weißt du? Sonst darfst du ja gar nicht richtig spielen. Das ist halt auch so eine Sache, die viele Leute realisieren. Manchmal musst du Gefahren nehmen. Manchmal musst du praktisch Risiken nehmen, damit du überhaupt richtig spielst. Du darfst nicht immer nur passiv spielen und halt... Manchmal musst du auch kräftig in die ganze Situation reinschwingen, weißt du? Okay. 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 Hey, 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 Rampage. Bald sind wir beim guten Game, meine Damen und Herren. Wenn das so weitergeht. So. Wenn das so weitergeht, geht es immer bald beim guten Game. Oh, nice. Oh. Noch ein paar Kills. Oh, wir haben sogar ein sehr, sehr dickes Shattern auf unserem Kopf. Hmm. Okay. ich bin hier in der mitte noch wunderbar Was? Was hätten wir denn gehabt da? Den hätte ich gerne genommen. Und schauen, ob wir den Fidel-Sticks vielleicht bekommen können. Aber ein bisschen risky vielleicht. Können wir die Grump gehen, stattdessen? Nice. Wusstest du, dass dein E einen Gegner fokussiert, wenn du ihn voll mit Q griffst? Und dass dein Q-Movement-Speed gibt kurz? Ja sicher. Aber wusstest du auch, dass du deinen Gegner auch mit deinem Ignite markieren kannst? Und dass dein E ihn immer trifft? Das ist tatsächlich sehr, sehr broken, wenn ihr das nicht wusstet. Das heißt, im Early-Game, auch wenn ihr euren Boomerang verfehlen solltet, wenn ihr ein Ziel targeten wollt, das ihr nicht markiert habt, dann könnt ihr es einfach in Ignite und er wird von eurem E fokussiert. Das ist sehr, 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 sehr broken. Nice. Ja, jetzt sind wir doch ganz gut dabei, ne? Nach dem schlechten Start. Das tut sehr, sehr gut. Aber ich würde gerne mit einem Banger noch enden. Also vielleicht machen wir noch eins oder zwei. Keine Scheiße hier, äh. Nicht mal die Lastsets wollen noch bei mir. Was genau macht Akshan stark? Was macht Akshan stark? Naja, also er hat sehr, sehr hohe DPS. Er ist eine gute Assassine. Also er hat Arctic Parry Scaling, aber gleichzeitig ist er eine Assassine. Er hat eine relativ Bullshit-Mechanik mit seinem Revibe auf dem W, ne? Dass du, dass du Mitspieler halt nur, äh, wiederbeleben kannst und so. Overall, ein Arctic Parry Assassine ist er einfach. Und das ist sehr, sehr starke Kombination an Klassen aktuell. Wer da intweetet aber? Hey, ich hab die hier schön mit meinem Boomerang gesniped. Aber einer im Chat hat auch gemerkt. Vielen, vielen Dank dir dafür. Wenigstens einer appreciatet den Boomerang. Die Trades sind auch Zucker. Ja. Er hat eine starke Lane und gleichzeitig hat er halt solides Roaming und kann Snowballen. Er ist eine Assassine, aber er hat auch Arctic Parry Scaling. Er war ein guter Champion. x2 Was wollte ich, dass ich mal heu werden, komm mal. Chauen wir mal ob er die miten erwischen können. Auch das hätte man besser spielen können. Ich muss da einen Ticken früher flashen. Ticken früher flashen müssen wir da. Nur viel besser zu spielen. So, jetzt geht es als nächstes. Bauen wir unsere Rage Blade hier. Denkst du, dass das professionelle Casten sich negativ auf die Viewer zahlt und den Hype des LOL eSports ausgewirkt hat im Gegensatz zum unprofessionellen Cast von früher. Moment, die Frage ist, für wen negativ? Weißt du? Ich glaube, für die meisten Orgen, für die meisten Ligen, für Riot selber war es sehr gut, weil es halt kurzfristig, diese Professionalität hat halt sehr viele Sponsoren angelockt und reingespült. Ich glaube, das ist für die Spieler war es natürlich auch besser, weil dadurch wird das System professioneller du hast mehr Jobsicherheit, es gibt mehr Geld und so. Ich glaube, für die Viewer war es scheiße. Für die Viewer sind viele Sachen, die Riot entscheidet, scheiße. Nemesis Draft wäre so viel geiler für die Zuschauer. Auf- und absteigen können wäre so viel geiler für die Zuschauer. Wisst ihr? Und natürlich ist er auch einfach ein bisschen mehr Emotionalität und Unprofessionalität. Es geht natürlich auch noch einen weiten Weg. Aber es geht halt nicht nur um die Zuschauer. Man muss halt auch verstehen, dass E-Sport aktuell, so wie es ist, es ist ja alles kostenlos zugänglich bisher. Das heißt, irgendwo muss ja das Geld verdient werden. Weil das ist halt alles, was beim E-Sport gemacht wird, wird ja kostenlos angeboten aktuell. Was ja sehr, sehr cool ist. Muss man einfach sagen. Es ist schon sehr, sehr cool, dass das kostenlos anbildbar ist. Schade, Mann, wenn ich früher in den Schwingen komme, und die Gneiten hätte ich auch noch gekonnt. Nemesis Draft, erklär bitte. Nemesis Draft bedeutet, dass wenn eine Serie gespielt wird, zum Beispiel im BO5, die Champions, die im ersten Game gepickt werden, dürfen im zweiten nicht mehr gespielt werden. Und was das bedeutet, ist, dass du einfach Varianz forst. Du forst, dass ganz viele unterschiedliche Champions und Playstyles gespielt werden müssen und gekonnt werden müssen von den Pros. Du hast nicht jedes Game Renekton gegen Kessante und Kaiser gegen Ceri, sondern du hast jedes Game andere Champions, die gespielt werden. Ähm. Und das, das, das ist halt, das, für die Zuschauer ist es halt teilweise sehr lame, dasselbe Matchup zum zehnten Mal zu sehen und dieselbe Strategie zum zehnten Mal. Aber es ist natürlich, wenn, wenn, es gibt halt eine gewisse Meta, die sich definiert und die ist halt einfach besser als die anderen Optionen und deswegen wird dann nur dieser Playstyle halt gespielt. Ist ja klar, ne? Oh man, jetzt langsam wird das aber zum sehr guten Game, ne? Stell dir mal vor, ich könnte, wenn ich meine Länen im Griff gehabt hätte, was wäre das für ein gutes Game gewesen, äh? Gut, wir haben den riesen CS-Lead gehabt, aber wir hatten zwei unnötige Tore, Mann. Neiße, aber das ist ein schönes Game, wenigstens. Nicht optimal gespielt, aber wir haben sehr, sehr viel Impact, wir machen sehr, sehr viel hier. Hm. Gab's das mal? Ne, das, ich, das, das gab's, glaube ich, irgendwann, irgendwo in der, ich glaube, in irgendeiner Liga gab's halt mal, ja. Aber das ist halt so eine Sache, die, ich weiß nicht, warum sie das nicht machen, weil das würde einfach so viel mehr Spice reinbringen, weil du halt nicht immer dieselben Champions hast. Du hast einfach ein bisschen Varianten, das ist, ja. Was? Das stimmt ja, vor allem bei der MSI dieses Jahr fand ich's halt irgendwann ein bisschen langweilig. Eben ging mir genau so. Das ist halt, dasselbe Matchup zum zehnten Mal zu sehen, ist halt nicht so erfüllend. Und ich glaube auch, dass super viele Zuschauer würden sich mal freuen, wenn ihr Champion zu sehen ist. Weißt du? Wenn halt einfach im Problem mal eine Lux gespielt wird oder eine Morgana oder ein Mordekaiser oder der Klett oder der Heimerdinger oder was weiß ich nicht alles. Das ist halt irgendein, also du willst halt nicht immer dieselben 30 Champions sehen, sondern du willst halt auch mal so ein Curveball haben. Ey, Attila, vielen lieben Dank dir für die 76 Monate Superart. Mich würde wahnsinnig interessieren, warum das nicht gemacht wird, bin ich ehrlich. Serena ist gutes Game, Most Damage 14,7, ist schon keiner gut, ne? Aber wir machen noch eins, komm, aber noch ein kleines. Aber das ist schon ein gutes Game gewesen, würde ich sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass halt das, ähm, dass halt das nicht gemacht wird, weil, weil, wenn eine Region das macht und die andere nicht, dann hat die einen Vorteil und die anderen einen Nachteil, je nachdem, in welchem Format du spielst. Und dann ist die Competitive Integrity gestört. Turbination. Danke dir für 89 Monate und Spray and Pray. Vielen lieben Dank auch da für den Support. Aber ich muss zum Beispiel halt sagen, das würde auch sehr, sehr viel mehr Komplexität ins Spiel bringen, weil du hättest dann, du, du müsstest dir anschauen, okay, das sind die Champions, die meine Gegner spielen, dann kannst du Champions bennen und zusätzlich kannst du mit deinen Picks im nächsten Game diese Champions blocken für dein Gegenüber. Das heißt, du hast halt richtig, richtig Hype-Drafts, wo du sehr viel machen kannst und denyen kannst und wo super viel Strategie reingeht in der Pick-und-Benn-Phase. Mr. Weck-Tick, viele lieben Dank für den Support. Glaubst du, bald gibt es im E-Sport auch 100 Millionen Transfers? Nö. Vor allem nicht jetzt, wo der E-Sport erstmal so einen ziemlichen Dämpfer bekommen hat. Und Rivalo, viele lieben Dank auch da für den Support. 89 Monate sind einfach siebeneinhalb Jahre, ich weiß, ja. Ich habe hier ein paar sehr, sehr treue, lange Zuschauer, also auch Tobi Nation ist einer davon, der begleitet mich seit so vielen Jahren. Ich meine, ich streame jetzt seit März 2015, streame ich. Es gibt so viele Leute, die mich seit dem ersten Jahr, dass ich streame, begleiten. Als Sub oder auch als Viewer, das ist richtig, richtig insane. Sanos und der NotGillipuff. Viele lieben Dank für den Support. Grepo, sag mal, du bist doch genau der Richtige. Warum wird im ProPlay kein Nemesis-Draft gemacht, Grepo? Du weißt doch das bestimmt. Warum wird das nicht gemacht im ProTest? Das würde mich wahnsinnig interessieren, mal von jemandem zu hören, der so ein bisschen tiefer drin ist. Was ist Nemesis-Draft? Nemesis-Draft bedeutet, wenn du eine Serie hast, ein BO3 oder ein BO5, dann die Champions, die im ersten Game gebannt und gespielt werden, dürfen im zweiten Game nicht gepickt werden. Das heißt, du hast praktisch jedes Game verschwindend 20 Champions. Jedes einzelne Game verschwindend 20 Champions. Danke an Noice für die 31 Monate Support. Willkommen. Das heißt, in Game 1 hättest du zum Beispiel komplettes Meta-Desaster, so wie es jedes Game ist und ab dem zweiten Game hättest du Kreativität. So wie im TrueToot Cup? Genau, so wie im TrueToot Cup praktisch. Frage selbst beantwortet, es verschwinden insgesamt 60 Champions. Ja und? Es gibt 163. Warum sind 60 Champions ein Problem? Du hast auf jeder Rolle ausreichend Champions. Du hast genug Coms, die du zusammenbauen kannst? Ja. Aber im dritten Game dann wieder Meta. Nee, im dritten Game sind dann ja 40 Champions raus. ich könnte mir warum oder warum probiert man das nicht aus mal bei so einem Event wie MSI? Warum probiert man das nicht mal aus? Das tut ja niemand weh. Warum nicht testen? Ich meine, es muss ja kein Top-Level-Event oder so sein, aber einfach mal für MSI oder so testen. Ich könnte mir vorstellen, dass das unfassbar geil für die Zuschauer wäre. Ich könnte mir vorstellen. Weil du einfach so viel mehr verschiedene Champions siehst, weil du so viel mehr Varianz hast, weil die Leute ihre eigenen Champions, die sie sehen wollen, endlich mal in Aktion sehen und mitfiebern können und hyped sind. Ich stelle mir das wahnsinnig gut vor. Muss ich ganz ehrlich sagen. Für die Zuschauer und damit auch fürs Game. Danke an Krasos für den Support. Willkommen. Dafür ist doch Solo-Q da. Also du bist jemand, der sagt, ey, du stehst komplett drauf, dass jedes Game dieselben Champions gepickt werden, bis sich die Meta ändert. ist doch So. das hier? Aber kannst du da nicht komplette Rollen ausbennen? Das stimmt, ja. Das müsste man, man müsste natürlich das System sich noch anschauen. Vielleicht sind nur die gepickten Champions raus und nicht die Bens. Weil ansonsten könntest du einfach oder ab dem zweiten Game gibt's keine Bens mehr oder so. Ja klar, also du könntest natürlich, du musst schon verhindern, dass ein Team irgendwie jedes Game halt fünf Articaries bänd und dann hast du gar keine Articaries mehr. Das stimmt natürlich, ja. Ich bevor es dann ein High-End-Match zu sehen mit den Metachampions, die die Pros unendlich trainiert haben, anstatt Champs zu sehen, die sie nicht auf dem Top-Level spielen können, sind wir so unterschiedlich. Ich finde, zum zehnten Mal dasselbe Match-Up spielen, macht den ganzen Spaß kaputt an einem Pro-Game. Ich bin da komplett anders, muss ich sagen. Ich finde, zum zehnten Mal denselben Champs zu spielen, macht einfach keinen Spaß, ja. So. So. Bombay's? Ich weiß es nicht, ehrlicherweise. Das war nicht die beste Entscheidung. Hoffentlich verliere ich keinen Minion. Ich habe Minion verloren. Geht. Wir haben W-Stand auch noch. Ich meine, es muss ja vielleicht, ich meine, ich kann verstehen, dass halt bei Worlds oder so, dass du dann High-Competitive-Matches möchtest und dass du dann nicht so was möchtest vielleicht, aber so ein Event zu haben, wo es das gibt, eben wie vielleicht die MSI oder so, ich glaube, das wäre cool. Hm. Ich habe so desastres an, hier. Die Early-Lang gegen den Adevaros. Die Frage ist, ist das ein Adevaros oder wird das ein Adevaros hinten oder was? Jetzt nicht sterben, hier bitte. Ich glaube, das wird ein Pogvaros, ja. Hat ja jetzt schlecht gelaufen für mich die Early-Lane, aber das macht nicht viel. Pogvaros scale sehr schlecht. Ich habe schon wieder sehr viele dumme Traits genommen. Das ist eine Sache, die ich aktuell wahrscheinlich, also unglaublich gerne mache. Komplett zu innen mit den Traits. Ken-Minions hasse ich auch persönlich sehr. Hm, sehr gut. Hm. 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 Tempested und Laser Man. Vielen lieben Dank für den Support euch, Leute. Hm. Hm. Die Mid-Wave ist leider gefreased. Hm. Ich kann mir direkt für dein Viego gehen. Er hat hier vier hinten, ne? Schade. Die Moe moved nicht. Ich bin komplett fucked jetzt. Ich habe eine komplette Wave verloren dafür. Fuck's to be me, Bruce. Ähm. Okay. Nice E von mir. So. Da hätte man flashen können. Ich wurde schon wieder Solo-Kill. Cool. Ja, ich habe ein E auf einen Minion neben ihm gemacht. Und ich bin in eine gefreeze Wave geromt. Und bin wieder komplett fucked. Genauso wie jedes Game heute. Also meine Laning-Phase jetzt am Abend war wirklich unter aller Sau. Ich habe jedes Game komplett die Laning-Phase gegrieft. Wir sind danach gerne mal zurückgekommen, aber meine Laning-Phasen wo? Hm. Hört wohl einer ins Bett. Ja. Ich weiß nicht, was heute mit mir los ist. Das ist sehr komisch, ja? Ja, das ist echt sehr, sehr komisch, muss ich sagen. Wir haben heute insane gestartet, die ersten drei Stunden. Und dann habe ich so krass nachgelassen nach dem NNU-Game. Weil es ist immer noch Pogvaros. Pogvaros ist sehr, sehr lane-dominant und hat kein Scaling. Das heißt, wir sollten fein sein. Schauen. Das heißt, Hier jemanden, der mir kurz mitte hilft. I got your cover! Shut down! Ich brauche doch nur meine Ult und er ist tot. Are you kidding me? Nice, okay, we back baby. Leider uns den assist denied. Okay, jetzt können wir back to base gehen und jetzt sollten wir genug All-In-Power dann auch haben für den Varus. Hoffentlich. Gute Nacht und bis morgen Dawn. Ja, eine wundervolle Nacht wünsche ich dir auch. Schön, dass du da warst. Ganz viel Spaß im Schlafen gehen, ja. Okay, jetzt sollten wir hoffentlich genug All-In-Power haben für ihn. Bläh, viele lieben Dank für den Support, ja auch. Dann könnt ihr auch einfach Chips mit einer Präsenz Auto bannen. Chips mit einer Präsenz Auto bannen. Ich glaube, das wäre sehr unfair. Oh mein Gott. Oh, zu Glück habe ich den kennengeschickt. Kriegt der? Oh, ist so großartig. Ach so. Okay. Nice, jetzt haben wir T-P-R und jetzt können wir ihn einfach Solo killen. Excellent, excellent. Ein Poké-Ros ist extrem stark auf der Lane, aber das ist, ihr werdet das gleich sehen. Wenn wir jetzt ein, zwei Items haben, dann ist, wir hüpfen einfach jedes Mal auf dem seinen Kopf und er ist tot. Trotzdem war die Lane wieder sehr schlecht von mir. Also jedes Game heute Abend, heute Morgen, jede Lane super, heute Abend, jede Lane, äh, wirklich jede Lane. Das haben wir hier gekillt, ha? Nice. Das war Igneite von dem. Hm. Dem sieht sehr, sehr hart geworden aus, auch, ja. Heute Morgen, naja, also die ersten drei Stunden vom Stream waren halt so gut. Wir haben so viel Plus gemacht auf dem hohen Account. Hat sehr Spaß gemacht. Der hat halt sehr Spaß gemacht, ja. Und gleich wieder den Drake spielen. Kaiser Items, das ist normal, das ist der neue Build. Der ist komplett normal, der Build, tatsächlich. Ja, ja, ja. Ich spiel's praktisch, ähm. Mmh. ... ... ... ... äh cool schon wieder bae ne? blöde lane wir werden dir nachträgen Autogrammkarten verschickt, damit sie nicht knicken ich glaube leider knicken die ich, ich, keine ahnung, also ich praktisch, ich schreib die und dann schick ich sie los in, in einem Karton, der gepuffert ist aber ich glaub die werden einfach der Kleidung beigelegt wenn ich mich nicht täusche ich glaub nicht, dass da viel extra gemacht wird aber ich kann gerne mal fragen für dich ich mein, das ist ja eigentlich nur ein kleines Extra das war ja eigentlich gar nicht geplant, dass es das gibt hm Kaiserbild, du hast neu ach so, ja das ist einfach der Standard Kaiserbild du gehst Umbl into Dusclade und dann brauchst du AP das ist der komplette Standardbild wo spielst du die aktuell? der macht einfach den meisten Damage der Bild du kriegst dein Q-Upgrade sehr früh mhm, kann dich beruhigen, ist nicht geknickt angekommen deine Autogrammkarte sehr schön hm, hm so Dreheuel Richtung Mitte Geben wir wieder in Richtung Mitte Ist ein late an Gigayouse, ne 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 das ist ne normale APK Das ist sehr sehr stark im late game ist das Das ist der Standard Das ist der Standard-Test-Bild Nicht-Test-Bild, der Standard war Kaiser-Bild, den spielt aktuell jeder Den spielt aktuell wirklich jeder Ich hab den von Upset das erste Mal gesehen Was unten reinpushen Schauen wir hier den Tool bekommen Schade, Mann So knapp, wenn wir den Varus da kriegen Wäre ich huge gewesen Stimmt auch noch für Gamer Er will Er will unbedingt Aber er kann nicht Okay Guck mal, den E-Wolf ist ja nicht spät Ich glaube, wenn du Berserker plus Neshers hast, reicht das oder nicht? Ich glaube, Berserker plus Neshers reicht Deswegen, du kriegst ihn gar nicht so spät Du rührst alle Upgrades mit dem Bild Und du hast super starken Poke Du hast super gute DPS Du hast super krassen Burst Der absolute Standard-Bild Ich bin so weit behind schon wieder Meine Güte, meine Laning-Phasen heute Abend Könnt mich echt ärgern Ich ärgere mich auch Ich würde mich noch mehr ärgern Flash, Marus, war das noch nicht, ne? Mein Gott, please Ich meine, der gegnerische Ard-Carrier hat 20 CS Aber dafür hat er ganz schön gut Mitte gelandt, muss ich sagen Das war schon sehr präglich Das ist einfach eine Duelane von den beiden Aber guck, 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 guck Sein Name ist natürlich auch Roam, ne? Also der Name ist Programm Ist der Twitch nicht deren Support? Ne, das ist der Ard-Carrier Aber der spielt einfach Support-Twitch Und der spielt so super Roam-Twitch, spielt der Wie lange würdest du brauchen, glaubst du Wenn du von Bronze wieder anfangen müsstest? Das ist so free, weißt du Das ist mal eine Sache Ich hab das schon sehr oft demonstriert Das ist völlig egal Wenn du ein Challenger-Spieler bist Oder ein Grandmaster-Spieler Du hast in diesen unteren Elo's Hast du halt 90 bis 95% Win-Rate, weißt du? Das ist halt, du marschierst halt einfach durch Weil offensichtlich hast du halt viel, viel mehr Zeit In das Game investiert Als die meisten Spieler in dem Elo-Bracket, weißt du? Und das zahlt sich natürlich dann auch aus Das ist, also das haben schon so viele gezeigt Wie einfach das ist Du brauchst da nicht lang für Selbst wenn der Account super schlechte MMR hat Du gewinnst halt fast jedes einzelne Game Das heißt, in der Regel bis Master brauchst du vielleicht eine Woche Würde ich tippen Aber das ist also Maximum So 95% würde ich gerne sehen ohne Team Wie meinst du, würdest du gerne sehen? Ich hab schon mal mit 90% Win-Ratio Master gemacht Als Solo-Projekt, weißt du? Wenn ich Auto attacke, anstatt zu hüpfen, ist sie froh Was mach ich denn? Okay, alles gut Ich bin nicht sauer Ich bin nicht sauer Ich bin nur enttäuscht We have played, hat das jede Season gemacht Eine Zeit lang Ja, das ist Die Leute denken immer Also ich mein, offensichtlich Wenn du dein ganzes Leben In dieses Spiel investiert hast Dann kannst du natürlich Einen großen Unterschied machen In dem Elo-Bereich Ist ja klar Natürlich kannst du da Einen großen Unterschied machen Wie soll es anders sein? Hm, hm Ich kann mich, glaub ich, noch mal Oh, nice Er ist kein Flash Nice Get down Let's go, Leute So, nimmt das Comeback seinen Lauf Ein kurzer Point einfach von hinten zu können Wenn wir nicht eine Million Gold behind wären Dann hätten wir ihn doch schon gehabt Na, sobald wir eine Wuri haben Habe ich gute Prognosen für uns Das haben wir jetzt dann gleich Zum Glück Ich hab das auch schon gezeigt Also ich mein, ich hab natürlich nie Low Elo Geboostete Accounts verwendet Aber wie oft hab ich schon gezeigt Dass du halt als Challenger-Spieler Easy nach Master Climpen kannst Ich mein, selbst mit Trollpicks Kannst du nach Master Climpen Ohne Probleme Ich hab eine Würfel-Queue Da hab ich letztendlich meinen Champion gewürfelt Und bin Master geclimt Das ist halt Das ist wirklich nie so schwer Wenn du, wenn du halt dein ganzes Leben In dieses Spiel investiert hast Hier ist das hier Noch einmal Basen Dann haben wir noch Wuri Das wird nochmal für mich gehen Der Twitch, wenn ich da Basen gehe Seht ihr? Da ist kein Ulf Jetzt ist unser Navori ready Was würdest du sagen, woran liegt es Dass Challenger momentan so schwer zu erreichen ist? Naja, gut Also ich hab jetzt ja erst 150 Games gespielt Schlüsselspieler Ich bin ja erst wieder Also Ich hab ja noch nicht wirklich viele Games Weißt Also das ist ja Wir sind jetzt kurz davor Wir brauchen noch Ich hab 100 LP oder so Dann sind wir ja Challenger Das ist halt Seit Korea Es ist halt einfach Du Du brennst dich halt sehr aus Weißt du? In Korea Das heißt Ich hab mich halt sehr sehr überspielt Ich hab mich sehr sehr übernommen Und dann brauchst du einfach ein bisschen länger Bis du wieder Bis du wieder Also bis es wieder funktioniert Das ist verrückt Das ist verrückt Stimmt In High Elo ist Support aktuell sehr sehr stark als Rolle Deswegen würde ich nicht sagen Es ist ein bisschen schwieriger Dieses Winning Edge rauszuspielen Auf Roam Supportern zum Beispiel Oder auf AP Supportern Ist es wesentlich einfacher Oder so Tank Engage Supporter Da kannst du dein Team sehr viel schneller Enablen als auf Enchantern Dann Okay. Also Klaus, Mann. Weil seht ihr, ne, jetzt ist der, der, der Adivaros ist gar nicht mehr so stark zu dem Zeitpunkt und wir können halt super viel machen. Wenn ich nicht ganz so geintet hätte auf der Lane, deswegen spielt keiner Progvaros Mitte, ne, sondern alle spielen halt so Sachen wie Tristana und Akshan Mitte. Das zeigt, dass nur damit die ganzen, die Scheiße im Spiel sind, Ausrede für sich selbst haben. Sicherlich ist das Zeit auch eine Komponente, aber als ich jünger war, hat mein Kumpel und ich ähnlich viel gezockt. Er war dir, ich war Gold fertig. Äh, Zeit ist das A und O in League of Legends, ja. Auch wenn du das vielleicht anders siehst. Aber Zeit ist das A und O in League. Und wie viel Zeit du investieren kannst und wie produktiv die Zeit ist, die du investieren kannst. Also ob du zum Beispiel jemand bist, der halt nur für Improvement spielt, der spielt, um besser zu werden oder ob du jemand bist, der für Entertainment spielt. Das macht einen Riesenunterschied. Ne, wie nutzt du deine Zeit, wie viele verschiedene Champions spielst du, weißt du? Zeit kann unterschiedlich effizient genutzt werden. Das ist auf jeden Fall richtig. Was ist das hier? Lass uns mal Cassio spielen. Also ich kann, glaube ich, mit dem Game kann ich auch noch nicht aufhören, ne? Aber langsam wird's spät und ich muss morgen super früh den Zucker wischen. Aber ich glaube, vielleicht machen wir noch ein kleines danach. Ich finde die Champion-Variate momentan echt nice, Pet-Streamer. Ich spiel sehr viele verschiedene Champions. Ich bin aber nicht so erfolgreich mit meinen sehr vielen verschiedenen Champions. Wobei, das stimmt eigentlich nicht, ne? Wir sind kurz vor Challenger auf dem Main-Account. Wir sind mit dem Account gut situiert, kurz vor Grandmaster und so. Also eigentlich läuft's super gut. Aber ich hab aktuell, was mir auffällt, ist, ich hab Tage, wo ich einfach nicht gut bin, so. Oder ich hab so, ich hab so, so Brain-Dead-Momente, wisst ihr, wo ich halt wirklich merke, ey, Junge, was machst du denn? Und einfach so super dumme Tode nehme und so, wisst ihr, ja? Wir können halt nicht anders beschreiben. Ich hab manchmal so richtige Brain-Farts, hab ich. Die Konstanz, das ist seit Kurier. Aber manchmal, manchmal ist mein Gehirn einfach nicht gut. Deswegen ist A, der war Russisch. Wir sind weg. Ja. Ja. Du bist nicht mehr der Jüngste. Es ist besonders schlimm geworden seit meinem Vorfall, Montpellier, ey. Seitdem bin ich irgendwie so unkonzentriert. Ich bin so weg von meinem Fokus. Das macht mir richtig, richtig Sorgen, ey. Manchmal hab ich so Klarheit und dann hauen wir einfach zehn Wins in Folge raus. Und manchmal einfach mein Gehirn ist irgendwie nicht richtig da, hab ich das Gefühl. Danke an Simon für den Support. Auch einen wundervollen wünsche ich dir, Simon. Schön, dass du mit dabei bist. Und du bist zumindest ein guter Schacko-Spieler. Das stimmt natürlich. Das kann mir auch keiner nehmen, dass ich so ein legendärer Schacko-Spieler bin. Äh, bin. Wie groß sollte der Champ-Pool sein? Im Optimalfall, wenn du dich nur verbessern möchtest, spielst du nur einen einzigen Champion. Maximal. Hättest eigentlich eine Pause gebraucht. Vor allem hast du direkt nach dem Vorfall gecastet und direkt weiter gestreamt. Das stimmt, ja. Ich hab, ich hab einfach, ich dachte mir, am besten wär's für mich, wenn ich einfach arbeite, wisst ihr, wenn ich einfach funktioniere. Und das einfach verdränge und mich nicht damit auseinandersetze, weiter. Das einfach alles wegschiebe. Und dann, ich hatte auch Calls mit anderen Leuten, die betroffen waren und alle haben geweint und waren emotional. Und ich wollte einfach nur meine Ruhe haben. Ich wollte einfach nur meine Ruhe. Hm. Was für ein Vorfall? Ich bin Opfer eines Raubüberfalls geworden. Das heißt, mir wurde eine Schusswaffe an die Schläfe gedrückt. Mir wurde ein Messer an die Kehle gehalten. Ich wurde verprügelt. Ich hab eine Menge Schläge gegen den Kopf bekommen. Und mir wurde meine Uhr geklaut. Hm, hm. So. Hm, hm. Die anderen haben dir gar nicht geholfen. Wie gesagt, die waren halt schwer bewaffnet. Und die waren auch gewillt, das zu benutzen. Am Ende des Tages hätte ich denen einfach die Uhr geben sollen. Aber ich hab halt versucht, mich zu verteidigen bisher. Das ist tatsächlich das, womit ich am meisten gehadert hab, ist, wie allein man in so einer Situation ist. Und dass einem keiner hilft. Und auch wenn Leute versuchen zu helfen, wie machtlos das ist, was die machen. Ja, Tolkien ist einmal hingelaufen. Drohne mit dem Messer läuft zurück. Polizei kommt nicht so schnell. Die Passanten halten nicht an, wenn man sie stoppt. Und am Ende des Tages sind da 10, 15 Leute. Und keiner kann dir helfen. Weil wenn jemand helfen würde, dann müssten sie halt alle zusammenkommen. Und einzeln bringt halt nichts. Therapie kann ich dir nur raten. Ich war beim Hausarzt. Und der hat gesagt, Therapie ist was, was er persönlich nicht empfiehlt, initial. Sondern er empfiehlt, dass man sich ein bis zwei Wochen nimmt, das Ereignis sacken lässt und schaut, ob es einen beeinflusst, beeinträchtigt in seinem Leben. Und erst, wenn man merkt, dass es einem nicht gut geht damit, dann schlägt er Therapie vor. Und Therapie ist nichts, wo man einmal hingeht, sondern Therapie ist was, was lange braucht. Wo man viele Sitzungen braucht, wo man viel aufarbeiten muss. Und das ist ein langer Prozess und nicht was Einmaliges. Danke an Elbgermann. Einen wundervollen wünsche ich. Willkommen, willkommen. Direkt den Haushalt wechseln, selten so eine Scheiße gehört, sorry. Ich bin kein Arzt, ich kann das natürlich nicht nachweisen. Aber bis jetzt hat mir der immer sehr gute Dienste erwiesen, deswegen traue ich dem einfach mal. Merkst du, dass es dich beeinflusst? Ich habe mich nicht aufs Oktoberfest getraut. Ich bin so ein bisschen letharger gefühlt. Und ich habe so ein bisschen Konzentrationsschwäche. Aber ansonsten geht es mir eigentlich gut, würde ich sagen. Ansonsten geht es mir eigentlich gut. Ansonsten geht es mir eigentlich gut, ja. Weißt du, ob du die Zielperson warst? Ich war die Zielperson, ja. Aber nicht, weil ich ein Streamer bin, sondern wir sind essen gegangen in so einem Viertel. Das waren so Late-Night-Restaurants, die da noch offen waren. Und da ist einfach, also in dem Bereich gibt es wohl Gangaktivitäten. Die nannten das Arabian Mafia, nannten die das. Ich weiß nicht. Und auf jeden Fall, die haben meine Rolex gesehen da, haben meine Uhr gesehen. Und dann haben sie praktisch ein Team von Leuten losgeschickt, die mir die abnehmen sollten. Und das ist wohl auch bekannt bei der Polizei. Das ist wohl auch ein Problemviertel, von dem sie wissen und so. Ja, ich glaube, wir gehen einfach Gangplank. Woher wussten die, dass die Uhr echt ist? Das kann ich dir nicht sagen. Das kann ich dir wirklich nicht sagen, wie die das wussten. Zumal ich ja rumlaufe wie der größte Gammler, ne. Und dann habe ich halt eine Rolex an der Hand gehabt. Nehmen wir mal so einen zweiten Arzt. Weißt du, ich bin jemand, ich habe schon Angst vor Therapie. Weil ich weiß zumindest, dass bei einem Kollegen von mir, dem seine Probleme haben erst wirklich angefangen, als der in Therapie war. Und das ist vielleicht ein Fall von eins in einer Million. Aber manchmal, glaube ich, ist Aufarbeiten gar nicht so gut, kurzfristig. Ist die Rolex denn was wert, ohne die Papiere, die man bei solchen Uhren hat? Die ist massiv reduziert in Wert, aber sie ist trotzdem was wert, ja. Aber die ist natürlich, also, die ist wesentlich weniger wert, als wenn du die Papiere hast. So. Miktor könnte mal wieder ein Skin vertragen. Sag mal, warum habe ich Timo Top, Shako Jungle und TF Support? Entschuldigung. Warum startet das Game? Ist sie als Gestohlen gemeldet? Also, die Seriennummer ist sie ja. Ist alles gemeldet. Also, ich habe da getan, was ich konnte. Wir sagen es ist kurz, aber wenn man für das Leben verarbeiten will, damit es nicht wieder kommt, dann muss man wohl in Kauf nehmen. Wie? Also, ich verlasse mich halt auf meinen Arzt, weißt du? Für den, der meint halt, also, solche Ereignisse, jeder verarbeitet die anders. Jeder geht anders mit denen um. Und viele Leute brauchen einfach keine Therapie bei sowas. Und ich fühle mich halt gut, ja. Ich weiß nicht, warum ich es machen sollte gerade. Also, zumal ich meinem Arzt halt vertraue. Gleicher Timo von eben. Yep. Danke an Amirun für die Sixten-Nein. Viele lieben Dank dir. Ein Arzt hat bei sowas doch kaum eine Kompetenz. Ansonsten verratet mir jemand wohl im Allgemeinen Medizinstudium, dass gelehrt wird. Ich bin mir auch relativ sicher, dass es ist natürlich kein Psychologe, weißt du? Aber ich denke schon, dass ein Arzt Kompetenz in verschiedenen Areas hat, zumindest eine grundlegende Einsicht. Und wahrscheinlich auch eine bessere Einsicht als die meisten Leute gerade im Twitch-Chat. Ehrlicherweise. Ich glaube schon, dass der Arzt das besser einschätzen kann als die meisten Twitch-Chat-User. Ich bin selbst ein Hühner und etwas mehr auf den Rippen, aber ich wüsste nicht, wie ich mir in der Situation umgegangen wäre. Der ganzer Körper, der ist voller Adrenalin. Und ich habe versucht zu kämpfen direkt. Das ist schwer, für dich ständig drüber reden zu müssen. Ich glaube tatsächlich, das hilft einem. Das ist wie Therapie, weißt du? Das ist einfach so ein Gespräch. Ich meine, ich habe ein paar sehr blöde Nachrichten gekriegt. Die haben mir schon wehgetan. Also wo Leute, also ich habe sehr, sehr viele Nachrichten gekriegt, wo ich halt schuld bin. Und was laufe ich mit einer teuren Uhr rum? Und ich bringe Leute in Gefahr. Und lauter so Zeug. Und auch wüste Beleidigungen. Und Leute, die mich auslachen, weil ich was verloren habe. Und Leute, die mich auslachen, weil ich verprügelt werde. Leute, die mich auslachen, weil ich nicht gegen eine Waffe kämpfen kann. Ich meine, du kriegst natürlich relativ viel ab bisher. Aber das gehört mir dazu. Ich meine, ich stehe in der Öffentlichkeit. So. Jetzt gucken wir mal her. Victim Blaming. Das gute alte Victim Blaming. Betreut, dass manche so picken. Ich glaube nicht wirklich, dass die das ernst meinen, ehrlicherweise. Ich glaube einfach, die machen das, um dir wehzutun. Weil die denn selber ein sehr, sehr trauriges Leben haben. Ich meine, das ist, ich bin jetzt natürlich, das ist natürlich jetzt der komplette Hobby-Psychologe. Aber für mich gibt es keinen anderen Grund, sowas zu machen. Ja. 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 Das ist ein... Tatsächlich ist das sehr, sehr unglücklich, dass wir jetzt gegen fucking Vladimir spielen müssen mit unserem GP. Mann, was sind denn das gerade für Match-Ups hier? Du ein Rotz. Ach. Wir werden sehr, sehr viel CS verlieren, bis wir Essence River haben. Bis dahin müssen wir scalen. Oh, schade, hätte ich es mal nicht angehitzt. Du stehst in der Öffentlichkeit, aber du bist immer noch ein Mensch mit Gefühlen. Du, weißt du, das ist so eine Sache. Ich bin ja jetzt ein Influencer, der wirklich wenig aneckt, weißt du. Ich bin ja jemand, der wirklich wenig irgendwie Probleme hat mit Leuten. Und der eigentlich sehr, ich bin immer sehr, sehr geradlinig gefahren in meiner Karriere. Aber ich krieg ungefähr eine Morddrohung pro Monat etwa. Weißt du, das gibt so kranke Leute da draußen. Was du teilweise für Nachrichten kriegst, was dir teilweise geschrieben wird. Das ist sehr, 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 sehr heftig. Und natürlich bei mir, viele Leute wissen, dass ich eine sehr, sehr große Angriffsfläche habe. Und das ist halt, dass ich sehr self-conscious bin, weil ich halt übergewichtig bin. Und das nutzen sehr, sehr viele Leute aus. Und gerade in dem Bereich krieg ich halt super viele Nachrichten. Wo Leute halt versuchen, dir eine reinzudrücken und dir wehzutun einfach. Weil viele Leute, also ich hab halt immer mit Neid abgestempelt bisher. Dass die Leute halt neidisch sind, weil du mit deinem Hobby Geld verdienen kannst. Und weil es dir sehr, sehr gut geht. Aber das ist manchmal, das kommt immer darauf an, in welcher Situation einen das erwischt ist. Manchmal, wenn du selber halt nicht so happy bist. Oder wenn es dir nicht so gut geht in dem Moment. Und dich so eine Nachricht erwischt, dann kann das sehr, sehr gefährlich sein für einen. Weil es zieht einen dann so richtig runter bisher. Sehr, sehr situationsbedingt. Okay. Was ist das hier? Schauen wir Richtung Mitte. Einer von tausend. Ja, ja, das sind sehr wenige, weißt du. Aber da gibt es auch irgend so einen Begriff aus der Psychologie zu. Du über evaluierst die schlechten Nachrichten sehr, weißt du. Das ist auch so eine Sache, wenn ich zum Beispiel einen schlechten Tag habe oder ein paar schlechte Games wie heute. Dann ist es so, dass 90 Prozent der Nachrichten sind ja immer noch super nett. Ja. Aber diese zwei, drei, die dann nicht nett sind, die ärgern dich dann immer super. Und zieh dich dann so runter. Da gibt es auch irgendein schlaues Wort für ja. Ich denke, dass es menschlich ist. Ich glaube auch, dass es sehr menschlich ist, ja. Es gibt auch sehr, sehr viele Leute da draußen, die einfach nie was Gutes gesagt haben. Da bin ich in meiner... Als Streamer bin ich da sehr verwöhnt. ist, ja. Wir streamen, wir haben sehr viele Leute, die unglaublich liebe Nachrichten schreiben. Die sehr, sehr positive Nachrichten schreiben. Und es gibt so viele Leute da draußen, die einfach nie was Gutes gesagt kriegen oder mal in den Arm genommen werden oder so. Gerade bei Männern. Ich hab den gerne nicht gekriegt. Ich bin ungröstlich. Mein letztes Kompliment habe ich in der zweiten Klasse bekommen. Ey, G-Donator. Deine Chat-Präsenz ist ein hier noch, ein S mit Sternchen. Immer schön, dich hier zu sehen. Du süße Maus. Dann hättest du wahrscheinlich lieber von einer hübschen Frau gesagt bekommen, aber du kriegst es von mir jetzt. Ja. Das müsste Shaco nicht sehr, sehr gut sein gegen Briare. Wegen dem Klon. Und wegen den Boxen. Schon, ne? Okay, lass uns noch mal kurz Essenz holen. Mh-Mh-Mh-Mh. Mh-Mh-Mh. Mh-Mh-Mh-Mh. Mh-Mh. ist, ja. Das ist eine Sache, die viele Leute gar nicht, glaube ich, wirklich realisieren, aber es gibt sehr, sehr viele Influencer, auch viele, wo ihr es vielleicht nicht denken würdet, die hinter den Kulissen sehr viele mentale Probleme haben. Ja, du hast halt, es ist halt ein sehr unsicherer Job. Du stehst in der Öffentlichkeit, du hast sehr viele Sachen, die an dir zehren immer und viele Leute gehen nicht so gut mit dem Druck um. Das heißt, ich kenne sehr viele Leute, die in Behandlung sind, die bei Psychologen sind oder die Medikamente nehmen müssen. Einfach, weil es ihnen nicht gut geht. Das klingt aber so lächerlich, weil wir sitzen hier und wir machen, was wir lieben und wir zocken unsere Videospiele. Aber man muss tatsächlich sehr auf sich aufpassen und auf seine mentale Gesundheit. Ja. Sein Lieblingsgetränk? Äh, Wasser. Und Coke Zero, leider. Also, dass du den Autotrack nicht draufkriegst. Holy shit, Wäscher. Vielen, vielen Dank dir für die 25 zur späten Stunde. Schön, dass ihr mit dabei seid, Leute. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, sehr im Stream. Ach Gottchen, die armen Influencer. Ja, ich will, das ist, ich wüsste, das ist eine, ich meine, das ist natürlich, für viele Leute klingt das sehr lächerlich, wüsste ja, aber das ist halt, wenn, wenn für dich sich was als Problem anfühlt und für deinen, für deinen Körper, dann hat das für dich halt ähnliche Auswirkungen wie jemand anders, der dann viel schlimmer und, äh, ich, ich, da gibt's auch so ein Wort für, das ist halt, das ist ein sehr komplexes Thema auf jeden Fall. Ja, ja, ein sehr komplexes Thema auch. Vielen, vielen Dank dir nochmal, Bäscher, ne? Hm, das sucks. So fucking close, äh, wenn der, wenn er das Exhaust draufgekriegt hat. Hm, schade, Mann. Hm. Die Leute denken immer, dass wenn andere das Problem nicht haben, was sie auch haben, dass uns denen nicht schlecht gehen kann, so wie Geld. Ich meine, es gibt halt so, so Sachen, die existenziell bedrohlich sind, ne? Und die, die sehr viel Stress auf Leute ausüben. Und das nehmen natürlich Leute, also wenn du denen halt sagst, oh, der arme Influencer, der jetzt hier Angst hat, weil, weil er sich, äh, weil, weil, weil sich ein paar Leute ihn beleidigen oder ihm irgendwie, was weiß ich, irgendwas androhen oder weil sein View-Account runtergeht oder seine Zahlen nicht mehr stimmt. Wisst ihr, das klingt natürlich immer lächerlich für jemanden, der halt wirklich existenzielle Probleme hat. Aber der, der menschliche Körper ist da sehr, oder der menschliche Geist ist da sehr komisch bei diesen Themen, wie er die verarbeitet. Und wenn du für dich was als Problem siehst, das können komplette Lappalien sein teilweise, dann schränk dich das ein, als Person. Ich, ich, ich bin natürlich kein Psychologe, denn ich hoffe, das ist kein kompletter Bobcast, den ich jetzt hier gesagt habe, ne? Hör mal. Was ist denn hier auf meiner Lane los? Cooler Articary allerdings. Ich bin auf meiner Lane. Warum sind denn da so viele Gegner, Wahnsinn? Jeder trägt seine eigenen Lasten, egal ob reich oder arm. Ja. Hat Friar einen Hotfix-Buff bekommen? Friar hat einen Hotfix-Buff bekommen und ist jetzt wahrscheinlich der brokenste Champ-In-Game. Sehr, 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 sehr gut ist hier. Der TF-Support sieht jetzt aber nicht so shabby aus. Ne, überhaupt nicht. Hier spüre ich einen auf der Boy. Man ist ja, also TF-Support kann natürlich viel Pressure auf die Map kriegen, muss man sagen. Ja. Wer ist der gegnerische Artrox? Mobis and Out. Der gute alte Mobis and Out. Hm? Jetzt haben wir keine Chance mehr gegen ihn. Goddamn. Der hat so mies gespielt, aber ich kann nichts mehr machen jetzt für eine Weile. Der ist leider zu strong. Friar hat auf jeder Elo unter 50% Win-Rate. Wo ist sie broken? Ne, das ist ein neuer Released-Champion, weißt du? Und du musst immer schauen auf die Win-Ratio am Tag. Das heißt, als Friar rauskam und sie nicht gehotfix-bufft war, hatte sie 30% Win-Rate. Dann haben die Leute gelernt, sie zu spielen und sie wurde gebufft. Und jetzt mittlerweile ist sie, glaube ich, in High Elo schon über 50% und in Diamond und in Emerald ist sie schon nah an 50%. Weißt du? Und das ist was, was ein Indiz dafür ist, wenn ein neuer Champion mit einer Lernkurve so schnell so eine hohe Win-Ratio hat, dann wirst du wahrscheinlich ein Monster erschaffen. Und das ist, was man bei Friar aktuell erwartet, ja. Das Wriar wahrscheinlich ein Monster erschaffen. War wieder. Oh Gott. Wie ärgerlich. Ich hätte auch noch Flashen müssen da. My bad. Hyperschwamm, vielen lieben Dank dir auch für den Support. Ich glaube, es hätte sich gelohnt, auf der Lane Anti-Heal zu rushen. Ich glaube, Anti-Heal lohnt sich eigentlich fast nie aktuell. Du kannst es natürlich bauen, wenn die Gegner sehr sustainlastige Lineups haben oder so. Es gibt manche Champions, die das in ihren Build gut inkludieren können. Aber auf GP zum Beispiel, ich mag den Mortal Reminder als Item nicht. Aber du kannst es natürlich bauen, wenn du willst. Ja. Ich mag es einfach nicht. Linus Walter, vielen lieben Dank für den Support. Zweck und TF richtig am Smurfen. Ja, und was mit diesem 3-4-7-P-Rorden, der praktisch Tag der öffnenden Tür auf seiner Lane hatte. Wie sehr ist der am Smurfen? Jetzt muss ich es aber auch sagen. Schon sehr, ne? Ja. Ist auch dabei. Hey! Der ist nicht nur dabei, der ist mittendrin, der Böhl. Ist auch dabei. Okay, coach me if you can. Vielen lieben Dank dir für den Support. Einen traumhaften Wincher. Schön, dass du dir draußen bist. Willkommen, willkommen. Willkommen, willkommen. Ich weiß nicht, ob wir das spielen können, allerdings. Nice, er hat gegreedet. Und jetzt kommt der Restove. Der muss hier unten einen perfekten Tunnel machen. Kani-Tunnel will ich sehen. Oh, kein Kani-Tunnel. Nice one, nice one. Sehr stark. Ist Priya ein neuer Jungler? Genau, ja. Priya ist ein neuer Jungler. Die ist jetzt frisch released. Letzte Woche Mittwoch. Aber ich mache es. Aber ich mache es. Hm, hm. So. Jetzt machen wir hier nach unten. Schu, schu. Huh. 97. Vielen lieben Dank dir auch zur späten Stunde. Jetzt haben wir heute mal wieder so einen richtigen Late-Nighter gemacht. Mit einem deepen Talk. Der deep-Talk am Ende. Der deep-Talk am Ende. Hat der hier jetzt ein Wort? Wahrscheinlich schon. Ärgerlich. Leider noch nicht 13. Wollen wir Level 13 sind, dann sind wir ein Champion, nämlich. Wir sind Level 13. All right, did it, yes. All right, did it, yes. Don't mind if I do. Okay, meine Ult ist keiner gut. All right, sieht auch sehr gut aus. Wir hatten ein paar mächtige Shrew. Nice. Das sollte Nash sein für uns. Exzellente. Vermisse die Late-Night-Streams mit CS und Perf Exile. Ich auch, ja. Aktuell ist mein Leben so stressig irgendwie. Ja, auch das klingt jetzt, aber ich habe jetzt in der letzten Zeit, ich reise halt kreuz und quer über die Welt aktuell. Ich war jetzt praktisch in, ich war in Korea, dann bin ich zurückgekommen, dann war ich direkt auf der Gamescom die nächste Woche. Dann war ich im Montpellier, jetzt fahre ich wieder nach Köln. Ich hätte heute auch noch nach Berlin zu den anderen zum Cast eigentlich gekonnt. So, ja, das ist irgendwie immer ist irgendwas mittlerweile. Ich muss die ganze Zeit aus meinem Nest. Und eigentlich will ich nur zocken bisher. Aber jetzt, also jetzt mein Terminkalender. Ich habe jetzt praktisch den, ich habe jetzt noch morgen, übermorgen. So, Dienstag bis Donnerstag ist das, glaube ich. Dienstag bis Donnerstag habe ich jetzt noch Programm. Und danach ist True Dude Cup und einfach nur zu Hause chillen angesagt. Bis, ähm, bis dann irgendwann, ähm, bis dann irgendwann das nächste Mal Korea ist. Das heißt, ich habe jetzt dann mal ein paar Tage für mich einfach, wo ich mal wieder ein bisschen recoveren kann und einfach nerden kann und mein Ding machen kann. Wo ich mal wieder so mein, mein typisches, normales Ich sein kann. Ähm, 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 ähm. Ähm, 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 ähm. Ähm, 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 äh, ähm. Bist du eigentlich aktuell zufrieden mit dem, was du über die Jahre reicht hast, oder schläfst du immer noch nach mehr? Ja, das ist manchmal, weißt du, ist es sehr schwierig, halt diese Rückschritte in Kauf zu nehmen, weil ich bin, ich habe jetzt, wie jeder andere Streamer bin ich halt, habe ich heftige Schwankungen. Und bei mir kommt es immer darauf an, was biete ich meinen Zuschauern an, ne, ist das was Gutes, ist das was Schlechtes, wie spiele ich aktuell, wie performe ich, habe ich irgendwelche Projekte, in welchem Zyklus es liegt zu dem Moment. Das macht tatsächlich auch einen riesen Unterschied bei mir, wie viele Zuschauer ich habe und teilweise ist es scary, ne, teilweise ist es scary. Ich habe jetzt zum Beispiel auch, dieses Jahr war es besonders, also ich hatte so eine Phase, wo ich richtig eingebrochen bin, wo ich plötzlich meine Zuschauerzahlen waren, so von einem Tag auf den anderen hatte ich praktisch 40% weniger Zuschauer, einfach so bang. Das gibt es auch nicht. Ja. Die sollten sie kriegen. Das war besonders hart dieses Jahr, weil ich habe sehr, sehr viele, also ich habe halt sehr, sehr viele lebensverändernde Angebote abgelehnt, ne, weil ich halt wollte, okay, der Stream läuft seit so vielen Jahren so gut, wird bestimmt so weitergehen. Ich bleibe einfach meine Linie treu, ich bleibe bei Twitch, ich lehne alles ab, ich schaue, dass die Zuschauer-Experience so gut wie möglich wird, ne, dass meinen Zuschauern es gefällt hier und dass sie gerne weiter zuschauen und gerne hier sind, ne. Und, ähm, und dann kam dieser, dieser, dieser krasse Drop. Mhm, und dann hast du dir ja natürlich schon, da hast du diese, diese Fear of Missing Out, weißt du, dass du halt irgendwie Scheiße gebaut hast und dass du jetzt halt irgendeine Riesenchance abgelehnt hast. Aber, am Ende des Tages bin ich immer zu dem Punkt gekommen, eigentlich, mir geht's so gut, ich habe jetzt durch diese guten Jahre mir so ein schönes Polster schon legen können und es sieht so aus, als könnte ich für eine sehr, sehr lange Zeit noch Streamer sein, auch wenn, wenn mir weniger Leute zuschauen und ich kann einfach mein Ding machen und genießen hier. Ja, ich meine, ich habe keine Ahnung, wie lange ich realistisch noch durchhalte bisher, äh, weil, also, ich meine, ich stream halt in einem sehr, wie nennt man das, in einem sehr, sehr toxischen Volumen. Macht das Sinn? Also, es ist was, was wahrscheinlich nicht für immer funktionieren wird, muss man realistischerweise sagen, aber aktuell funktioniert's noch und es fühlt sich gut an. Ja. Das hier. Ranker, wir um halb zwei sind wenig länger jetzt, also seit, seit dem LEC-Podcast und seit meinem Vorfall sind meine Zuschauerzahlen wieder amazing. Aber ich kann mich auch nicht jedes Mal verprügeln lassen, das ist ja, damit ich wieder, äh, damit meine Zuschauerzahlen wieder hochgehen. Ja, das kann ich, da, da muss ich sagen, da streike ich, Leute. Ich höre mir die Ult nicht. Ähm. Ähm. Schauen wir mal hier, jetzt noch eine schöne Barrel-Kombo hier, um den Tag abzuschließen. Für Angebote. Ähm. Ähm. Ich, da, ich, da, ich, da, ich muss da sehr vorsichtig sein, wie ich über diese Sache rede. aber ich hatte ein angebot bei dem sich sehr sehr viel geändert hätte in meinem spiel aber das praktisch über etwa sieben millionen nicht ganz gewesen wäre 6,5 und ein bisschen für für drei jahre streamen auf einer anderen plattform und das war was natürlich worüber man schon nachdenkt ist ja weil das ist so eine summe du weißt genau wenn du diese summe halt verdienst dann musst du dein leben lang nicht mehr arbeiten dann bist du für immer abgesichert so und es war sehr schwierig sich dagegen zu entscheiden tatsächlich zumal es halt die möglichkeit gibt man kann eine steueroase ziehen es gibt da eine sehr verlockende da kann man da kann man praktisch seine einkommenssteuer auf null senken und dann kriegst du eins zu eins das was da auf dem was da auf dem vertrag steht ist ja und das ist schon was wo wo du dann ein bisschen schwach wirst ein kick ne ist nicht kick ist nicht kick so das ist nicht kick und dann mal den chaco her all right und das war der heutige stream wir haben jetzt in den in den late night talk segmenten haben wir alles wieder gut gemacht tatsächlich was wir verloren haben wir sind wieder fast bei 400 lp wir hatten heute einen amazing tag nno hat gewonnen wir haben auf dem hohen account 100 lp gemacht wir sind auf dem account neutral geblieben vielen vielen dank dass ihr alle mit dabei wart vielen vielen dank dass ihr dass ihr zugehört habt und zugeschaut und subscribt und den ganzen kram danke fürs hier sein und ich wünsche euch jetzt eine wundervolle nacht und einen guten start in den dienstag so try not to hold me down feel alive when i'm in this town look at the beautiful stars i wanna drive a faster car nothing can break me no no nothing can break me try not to hold me down feel alive Bis zum nächsten Mal.